Es ist ja schon ein bisschen was los hier gleich und ich hoffe, dass das alles hier zeitlich auch passt, denn ich bin verabredet um 10 nach 8 und ich hoffe, mein Gast ist pünktlich und ich sehe, dass sich da schon einiges bewegt und ich denke, wir kriegen das hin. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, du mich auch. Ich höre dich auch und ich höre mich selber nicht, aber das ist ja halt nicht so schlimm, Hauptsache der Chat hört mich und du hörst mich und ich höre dich und meinen Kopfhörern auf jeden Fall. Ich denke, du wirst gleich zugeschaltet. Ich habe hier gerade eben den Chat begrüßt. Was geht? Kann man nicht sehen? Dieser Samuel, seht ihr ihn? Ist der am Start? Lieber Chat, aller lieben Leute im Chat, Könnt ihr den Samuel sehen und könnt ihr ihn hören? Mix Twitcher, was geht? Ja, hi, hi. Sorry, ich gehe gerade noch an meinem Handy in Twitch, dass ich auch den Chat sehen kann. Klar sieht man ihn. Bex2000 hat gesagt, man sieht dich und Bex2000 sagt, man kann dich auch hören. Sehr gut, sehr gut. Und ja, auf jeden Fall, dann ist ja alles gut gegangen bei uns Profis hier. Ja, es gab ja auch gar keine Vorbereitung. Es klappt jetzt direkt auf Anhieb. Ja, du bist kein Streamer, ne? Überhaupt nicht, nee. Ich glaube, ich habe mal vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren es einmal kurz probiert und habe es dann aber auch gleich wieder aufgegeben. Nee. Ohne Zuschauer macht es halt auch nicht so Spaß. Die Alexis hier, Mod bei mir im Chat, hat mich gerade auch fast hingewiesen. Und zwar gibt es noch ein Shoutout an den Gifter vom letzten Mal. 300 Subs habe ich einfach bekommen. So, what the fuck? Deswegen vielen lieben Dank. Erstmal ganz offiziell nochmal, dass ich mich hier nochmal bedanken kann, weil letztes Mal ist es ein bisschen untergegangen. Im Eifer des Gefechts. Und da wollte ich das von vornherein erstmal so ein bisschen, das nochmal gerade stellen, dass ich da auf jeden Fall dankbar bin, ne? So, ja, ich bin halt auch nicht so der Pro, muss ich sagen, was das Streamen angeht. So, ich habe meine Phasen gehabt immer, dass ich so reinkommen wollte und immer schnell rausgerissen werde. Mir wird ja nachgesagt, dass ich auf zu vielen Hochzeiten tanze. Und ich habe, gestern meintest du, wie war das? Du kennst mich von Battle Rap von früher, ne? Boah, ja, also von way back. Also ich habe dich nicht direkt gekannt, sondern erst so, ich würde sagen, weil Feuer über Deutschland Teil 3 war das, glaube ich. Ich habe dich das erste Mal gesehen, dann ewig lang nicht mehr und dann warst du auf einmal irgendwie bei eben Rap am Mittwoch dort unterwegs und so hat sich dann so mehr oder weniger der Kreis geschlossen. Und seitdem bist du so immer wieder auf dem Schirm irgendwie. Achso, okay. Aber du bist schon mehr Battle Rap-affin, Fan, Supporten? Oder ist es nur nebenbei? Oder guckst du das generell gerne? Ist sehr phasenweise. Also ich würde sagen, manchmal bin ich voll drin. Jetzt gerade bin ich wieder so ein bisschen raus und schaue wahrscheinlich nur so die, also bei Detail, so die Highlight-Battles, würde ich mal sagen. Und ja, na klar, Jaysus und so habe ich natürlich auch gesehen, ist ja logisch. Aber ich gehe jetzt nicht mehr so, zur Zeit nicht mehr so in die Tiefe. Ja, ich kenne das auch. Also ich bin ja ganz, ganz deep, deep immer drin gewesen so, aber in letzter Zeit auch nur noch ein bisschen sporadischer. Ja, denn ich habe meine Interessengebiete erweitert. Was sind denn seine Filme? Was machst du denn? Was ist denn dein Fachding? Worauf kam es? Ich glaube, ich bin eigentlich eher so in dem Bereich, worum es jetzt hier eigentlich geht. Also ich bin wirklich so ein bisschen, kann man schon ganz klar sagen, auch so ein bisschen Gossip-geil. Also ich schaue gerne zu, wenn irgendwo was stattfindet, sage ich mal. Also oftmals lerne ich Leute zum Beispiel erst kennen, wenn es einen Skandal gibt. Und dann erfahre ich plötzlich alles über die. Aber natürlich schaue ich mir auch gerne deine Deep Talks zum Beispiel. Die habe ich in letzter Zeit schon auch immer verfolgt. Ich habe auch die erste Podcast-Folge oder wie man es nennen soll, oder die erste Episode mit, wie heißt der jetzt nochmal? Sorry, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist aktuell? Wo es zuletzt jetzt drum ging. Kasrat? Ja, ja, genau. Ja, genau, genau. Da habe ich auch die erste Episode geschaut und fand die auch richtig nice und wollte natürlich auch weiterschauen und so. Also deshalb verfolge ich schon auch alles. Okay, also wie kamst du dazu, dich bei mir zu melden? Was war deine Intention? Naja, ich habe dein Statement gesehen und hier hast du ja auch gesagt, dass du offen wärst für einen Diskurs oder für Gespräche und dann habe ich dir einfach spontan geschrieben, sage ich ganz offen. Ja, also so wie es halt immer ist, wenn Gespräche aufgezeichnet werden und danach eine Unzufriedenheit sich breitmacht, bin ich auf der Nach-, also ich habe auf den Nachteil dann, ne, so. Und das Ding war, ich glaube, so einen langen Talk hatte ich selber auch noch nie und dass dann das auch gecancelt wurde, hat es fast zum Überlaufen gebracht. Und ich will so transparent wie möglich eigentlich darüber reden und was das alles mit sich bringt, weil ich habe den Eindruck, die Leute draußen, ein Großteil der Leute draußen, weiß gar nicht, was da so hinter den Kulissen abgeht und wie sowas läuft halt, ne. Und ja, darüber würde ich gerne transparent reden, weil es kommt mir so vor, als ob die meisten Leute das einfach hinnehmen. Das Ding ist halt, Plattform existiert nicht ohne große Namen und die Leute, ja, die sind halt im Gefallen, also so von den Protagonisten halt, ne. Jeder, der ein Interviewformat oder ein Podcast hat, freut sich, wenn einfach ein namhafter Gast dort ist, halt, ne, so. Und so kann man auch leicht zum Spielball werden, halt, ne, so. Und mir scheint es so vor, um keine Leute zu vergraulen, dass das großartig niemand anderes thematisiert halt, ne. Voll, also ich finde, was ich so interessant daran finde, dass man, wenn man jetzt immer nur Zuschauer und Konsument ist, dann bekommt man das ja auch überhaupt nicht mit. Also ist ja logisch, von Interviews, die nie veröffentlicht werden, bekommt man natürlich als Konsument nichts mit, wie denn auch. Und so hat man natürlich immer das Gefühl, dann hängt es bei ihr. Ja, es hängt gerade, ähm, ich weiß nicht, was mit der Verbindung ist oder ob es nur bei mir das so ist. Biker Germany, nah, Ben, guten, ähm, hängt das bei dir auch hier? Oder ist das, ähm, nur mein Eindruck, weil jetzt geht gerade gar nichts, weder Bild noch Ton. Hat sich einfach aufgehangen. Okay, warte, du bist wieder da. Ah, jetzt, jetzt bin ich plötzlich wieder da, keine Ahnung. Okay, kann passieren. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich jetzt ausgestiegen bin. Als Konsument, so, die Konsumentenperspektive, die hat mich auch hier interessiert halt, ne, so, ähm, weil dieses, äh, ich bin dabei gerne einen Einblick hinter die Kulissen zu gewähren. Ja, ja, klar, eben, genau, äh, also, das ist, eben, ist ja so, man, äh, man bekommt nur die Interviews mit, die, die veröffentlicht werden und dem, was im Hintergrund abgeht, das bekommt man ja nie so mit. Und, ähm, was ich mich an so, an so einer Stelle ab und zu frage ist, meinst du, das liegt, äh, auch ein Stück weit an, an deiner Person, dass es da so Hickhack gibt? Also, nicht an dir persönlich, sondern, dass man halt auch zu dir kommen kann und sagen kann, hey, ähm, nimm das mal raus, sonst passiert das und das oder sonst was, weil der, ähm, ich will den Namen nicht falsch aussprechen, Kast heißt, ähm, hatte ja auch Interviews mit, äh, Spiegel TV oder was weiß ich und da wurde ja nichts runtergenommen zum Beispiel. Und, und da würde sowas ja niemals vorkommen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, also, wollen wir direkt über die speziellen Dinge jetzt reden. Ähm, was, was der Unterschied ist zwischen mir und Spiegel TV, willst du wissen? Nee, das ist ja klar, dass, was der Unterschied, also, dass da große Unterschiede gibt, ist ja wohl klar. Aber dass sowas halt immer wieder passiert, weil man halt auch dich persönlich damit, äh, konfrontieren kann, sag ich mal. Ja, also, generell ist es ja so, deswegen habe ich ja versucht, Kontext zu geben und bin, habe lange ausgeholt in meinem souveränen Statement, ähm, dass ich, ähm, halt versucht habe, so den ganzen Kontext zu erklären und die Chronologie dahinter und warum es dieses Ding ist, was es fast zum Überlaufen bringt. Denn, es sind 20 Podcasts nicht draußen halt, ne, wenn nicht noch mehr sogar, ich habe nicht mal durchgezählt. Und, ähm, es liegt eigentlich meistens an Rappern. Das ist das erste Mal, dass es ein Nicht-Rapper ist, was es so besonders macht. Und natürlich die Thematik und der Rattenschwanz halt, ne, so der daran hängt. Ähm, aber der Unterschied bei anderen, es ist ein persönliches Ding halt, ne. Es ist eher so, ey, sorry, tut mir leid. Also, es ist nicht so, dass es mir befohlen wird, so, dann sagt der Rapper, ey, ich bin, ey, ich hab hier ein bisschen, so, ich bin nicht zufrieden damit und so. Weißt du, die gucken sich in der Regel an. Es sind so wenige Ausnahmen, die sehr souverän sind halt, was das Ding angeht. Und auch was Real, äh, auch was Realness angeht. Aber ansonsten sind sehr viele Image bedacht, besonders auch Management, guckt mal drüber, wenn es noch Leute sind, die wirklich, äh, in gefestigten Business-Strukturen stehen und Verträge haben, vielleicht sogar Major-Labels und so weiter. Da ist, da haben die gar nicht die alleinige, äh, Abnahme-Entscheidung halt, ne, die macht darüber, ne, so. Ähm, ist auch bis zu einem gewissen Grad relativ normal, aber es gibt halt Übertreibungen halt, ne, so. So, und, ähm, ich möchte gerne über Grenzen sprechen, weil ich bin hier auch gerade an eine, wohl an eine Grenze gestoßen halt, ne, so. Und darüber, so möchte ich gerne sprechen halt, weil, ähm, diese verkürzte Wahrnehmung von Leuten auf Distanz, die kenne ich persönlich nicht. Deswegen würde ich gerne diese Konsumenten sich vielleicht auch näher kennenlernen, weil, ähm, Leute, die in, hinter den Kulissen sind, die verstehen das, glaube ich, besser. Aber vielleicht gibt es ja auch Diskrepanzen, die man gemeinsam aufdröseln könnte. Und vielleicht kann es ja auch hier und da ein Umdenken stattfinden. Aber ich denke halt, es ist gut, wenn das thematisiert wird, ne, weil es ja auch bei mir gerade aktuell ist, ne. Und ich endlich mal wieder darüber sprechen kann, weil dieses Mal ist es größer als sonst. Wir, wir, um jetzt, äh, ich bin vielleicht auch schon ein bisschen zu weit vorausgegangen, ähm, weil generell kann man ja erstmal sagen, wie hast du überhaupt das Feedback jetzt auf dein Statement wahrgenommen? Ähm, ich meine, wenn man jetzt einfach mal so ganz blöd die, äh, Kommentare durchscrollt, kriegt man ja auch schon einen relativ schnellen Überblick so. Und ich habe auch ein paar Storys gesehen, wo halt so der Tenor war von wegen, ah, um es jetzt mal so ein bisschen hart zu sagen, ja. Ähm, äh, äh, das Tierstar heult rum, so in der Art, ja, und, 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 und erzählt uns hier ein, äh, ein Roman wegen, weil ihm jemand einen Maulkorb verpasst hat. Um es jetzt mal so ganz hart zu sagen. Ja, ja, ich habe das alles, äh, gelesen. Ich, äh, will gerne wissen, ich würde gerne Leute kennenlernen, die das, äh, denken halt, ne. So, ähm, 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 was ist genau deine Frage? Weil ich könnte jetzt wieder voll ausholen, ich bin wirklich ein bisschen abschleifend. Ja, ja, meine, meine Frage ist, äh, ist es, äh, also ich habe es ja eigentlich schon vorweggenommen, aber ist das auch so bei dir angekommen, also das Feedback? Naja, also ich habe mit Kritik gerechnet. Ich habe das Feedback, ich will nicht sagen absichtlich unsouverän gestaltet, nicht absichtlich verunsichert, ich bin verunsichert. Ich, okay. Es ist, es, dieses Statement gibt meine Gefühlslage korrekt wieder. Wenn ich jetzt, ähm, ich hätte wie bei anderen Dingen eine Insta-Story machen können, was geschrieben ist, halt einfach das Ding unter den Teppich kehren, aber, äh, es, ähm, bewegt mich emotional sehr, ne, und ich will diese Verunsicherung deutlich machen, so, ne, und dieses Hin und Her auch und so, ne, dieses Kommen auf den Punkt und so, das ist, ich habe halt gedacht, ähm, mehr Kontext geben würde Sinn machen, dass es für die Leute interessanter wäre, als wenn ich das einfach abhake, weil das würde für mich so wirken, also das habe ich ja öfter schon getan, das sind dann Dinge, die mich auch nicht emotional so sehr bewegen. Dann bin ich kurz abgefuckt, denke, okay, Podcast kommt nicht raus, schade, ey, Statement kommt nicht raus, bla, da war scheiße, fertig. Weißt du, es gibt auch vorgeschobene Gründe, wie oft, äh, was weiß ich, technische Probleme, bla, die Leute fangen an zu lügen. Weißt du, so, es gibt so, äh, so, ich könnte noch deeper, ich sag ganz ehrlich sogar, ich bin nicht mal 5% von dem, was ich gerne sagen würde alles, ja, und das war schon für die Leute zu viel und das ist eine krass verkürzte Wahrnehmung, ich, und, und, dann denke ich, okay, ähm, vielleicht sollte ich nicht so weit abschweifen, juckten die Leute nicht so sehr, was hinter den Kulissen passiert, deswegen stelle ich mich eher den Fragen, falls dann ein Konsument, äh, besser Bescheid wissen will, halt, ne. Ja, also um, um auch mal so ein bisschen vorwegzunehmen, ich habe das, ich habe dein Statement jetzt auch nicht so, so schlecht aufgenommen, ähm, ich, ich habe einfach, ich persönlich habe eher, ähm, mich viel mehr damit beschäftigt, warum haben es die Leute eigentlich so kontrovers aufgenommen, das hat mich eher, das hat mich viel mehr interessiert und, äh, ich habe dann im Nachhinein gedacht, vielleicht liegt es auch an dem gesamten Setting, wie du es aufgebaut hast, also, weißt du, so dunkle Stimmung, so ein bisschen düster, deep und dann du mit, äh, tief runtergezogene Kappe mäßig, weißt du, und dann so ein, ein, ein Talk, der, wo man auch gemerkt hat, okay, es ist auch ein bisschen eher, es ist dir wirklich ernst auch so, es ist ein wichtiges Thema und das hat dann, dann die Leute, die halt, also, es ist halt keiner so invested wie du, weil die Leute haben sich halt noch nicht so sehr befasst mit dem Thema, sag ich mal, für die Leute ist es nur, ah, okay, die nächsten Folgen erscheinen nicht, ah, schade und dann, ähm, wird das ganze Thema halt für die Zuschauer so aufgebauscht, sag ich mal und ich glaube, das ist so, das, ja, habe ich gemacht und ich will es noch weiter aufbauschen, sonst würde ich hier nicht den Talk mit dir machen und ich würde auch, glaube ich, noch auf, auf das Statement, wo du reagiert, vielleicht mache ich auch jetzt, vielleicht gehe ich jetzt doch unter diese Reaction-Youtuber, die ich ja ein bisschen kritisiert habe eigentlich, ähm, aber vielleicht ist es an der Zeit, weil, ähm, wie gesagt, ich stelle, mach oft Talks, Talks, Talks und dann passiert das nicht, ich meine, es gibt andere Möglichkeiten, um das stehen zu lassen, halt mit Verträge und blie und ein bisschen professioneller und so weiter halt, ne, so, ähm, aber ich bin ja da auf einiges schon eingegangen halt, ne, so, wie gesagt, mit der Kritik habe ich gerechnet und diese Darstellung, diese, ja, schon Inszenierung, könnte man auch sagen, von der Stimmung ist auch relativ bewusst gewesen halt, ne, ich habe mir das Thumbnail ausgesucht, da, wo ich ein bisschen traurig schaue, ein bisschen verunsichert, das mache ich nicht mehr mit und so, ne, also ich will die Problematik in den Vordergrund stellen, ich will gar nicht sagen, ähm, ja, juckt mich nicht, ist nichts passiert oder bla, oder ich will das gar nicht unter den Teppich kehren, ich finde halt, das ist sehr krass, was da gerade passiert und für mich auch ein Wendepunkt halt, ne, so, kann sein, dass ich komplett mit Talks aufhöre, so, also, oder zumindest dieses Themengebiet und halt wenn, nur live, ne, wir reden jetzt und das Ding, du kannst danach nicht sagen, ey, das kann ich online, oder? Ja, habe ich dein Recht, das online zu stellen, deine, deine, deine Absegelung, das online zu stellen, egal, was hier passiert, so, weißt du? Also bei mir sowieso, ich habe aber auch keine krass, so krasse Story, dass ich mir im Nachhinein Sorgen machen muss, dass irgendwelche Leute bei mir vor der Tür stehen, weil das ist ja, denke ich, oftmals das Problem. Sachen, mit denen man rechnen muss, wenn man so eine Talks angeht, ne, weil ich ja oft auch gelesen habe, dass, als ob ich überrascht bin, dass Telefonate im Hintergrund geführt werden mussten halt, ne, so, das hat mich definitiv nicht überrascht, aber der Ausmaß, das Ausmaß, beziehungsweise die Häufigkeit davon, die passieren könnte, würde und halt in Absprache mit dem Gast halt natürlich, ne, immer. Aber ist es, aber ich habe mich das schon auch gefragt, ist es so kompliziert, also es muss ja nicht mega professionell aufgezogen sein, aber ihr steckt ja auch viel Arbeit in die Sache, ist es dann so kompliziert zu sagen im Vorfeld, uns ist es einfach echt wichtig, wenn wir diese Zeit investieren, dass das dann nachher auch in irgendeiner Form veröffentlicht wird, vielleicht mit kleinen Cuts, mit Sachen, die man rausnimmt, das gibt's bestimmt immer, aber, ähm, aber einfach, dass es veröffentlicht wird, dass man da im Vorfeld was festlegt, ist ja, ist ja wahrscheinlich nicht so schwierig, oder? Ja, also guck mal, es gibt, ähm, wenn ich zu einem Kumpel in einen Podcast gehe, weißt du so, der kann von mir aus immer veröffentlichen, weißt du so, und es ist, meine Gespräche sind locker, ne, so, es ist, es ist zwar eine Firma und so weiter halt, ne, da steckt schon viel dahinter, wir sind ein Team, ne, so, aber es gibt auch, ähm, da, wo ich nichts unterschreibe und dann gab's letztens eine ARD-Sendung, die ist auch hierher gekommen und hat mich interviewt und, äh, hat kontroverse Fragen gestellt, ich wollte den Zusammenhang auch wissen, worüber die da, in welcher Form die es zusammenschneiden wollen, weil ich wurde in der Art und Weise auch schon ein paar Mal hops genommen, hab ich halt gesagt, nee, unterschreibe ich nicht, bevor ich's nicht gesehen habe und dann haben die's halt nicht veröffentlicht, ne, also, das gibt's auch, ne, dann war auch die Arbeit umsonst, ne, so. Ja, natürlich, das war dann sicher für die auch ein bisschen frustrierend. Naja, es gibt halt Dinge, äh, gerade wenn, ähm, es um einen größeren Kontext geht, wo ich auch zum Beispiel Abnahmen gemacht habe, ne, so, wo dann Leute mich getrickt haben, ich bin ja auch jetzt nicht mehr von gestern, aber wo ich, sag ich mal, ein bisschen neuer war, ne, so, ähm, da wurde mir zugesagt, ja, wir nehmen all die Aussagen, ähm, die du sagst, ähm, geben wir korrekt wieder, haben das aber in einen sehr kontroversen Kontext geschnitten mit anderen Leuten, mit denen ich gar nicht, äh, zusammen da erscheinen wollte auf diesem Themengebiet halt, ne, so. Und das war dann halt, ähm, also, es gibt da halt wirklich sehr raffinierte, gewiefte Profis, die auf Biegen und Brechen ihre Kampagne, ihre Story durchziehen wollen, halt, ne, so. Ja, klar. Also, ich denke, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen oder im Fernsehen wird mit Sicherheit viel aus dem Kontext gerissen, also, weil du hast ja nachher gar keinen Einfluss mehr drauf, wie die es zusammenschneiden. Genau, und das ist halt, wenn die sagen, halt, ey, unterschreib mal und dann, egal, was ich sage, ähm, können die drehen und wenden, wie sie wollen. Und ich dachte mir halt, okay, ich weiß ja, also, ich musste dieses absichern und so, das wusste ich vorher alles gar nicht auch, ne, also, ich bin schon öfter in so eine Art Fettnäpfchen getreten, wie gesagt, und ich habe auch kein Interesse, also, ich will ja gar nicht einen Gast, den ich auch wirklich mag und so weiter, weißt du, so, also, absichtlich schlecht darstellen. Wenn etwas, wenn Behauptungen aufgestellt werden, die ich klar widerlege und dann aufgrund dessen der Podcast nicht erscheinen soll, dann ist es halt, was soll ich dann machen? Ja, klar. Hättest du einen Vorschlag? Nee, also, ich weiß es final auch nicht. Das erste Mal ist es ja so richtig als Thema aufgekommen, also, so habe ich es wahrgenommen bei dem Lars-Interview, oder bin ich da falsch? Genau. Gab es davor auch schon mal. Bist du drin in der Materie, super, cooles Beispiel, weil daran habe ich mich orientiert. Gut, da war das das erste Mal, hast du eine Frage, oder soll ich sagen, ausführen? Ja, ich hatte da eigentlich schon fast eine anschließende Frage, und zwar war da, also ist ja immer so ein bisschen bubble-bedingt natürlich, das ist ja dann nicht immer Konsens, aber da wurde von einer bestimmten Seite so ein bisschen Absicht vorgeworfen, also quasi um die Leute die maximale Aufmerksamkeit auf dieses Interview zu lenken, weißt du, was ich meine? Das habe ich öfters gehört gehabt. Ja, von wem? Also halt von einer bestimmten Seite, ich meine, dass es Flair angeteasert hatte zum Beispiel, so ein bisschen, ah, war ja gute Werbung. Um ihm ging es ja auch, das könnte ja auch jetzt der Fall sein, für alle Verschwörungstheoretiker, aber das war ja genau der Punkt, das kann man ähnlich sehen, aber jetzt kommt meine Naivität vielleicht ein bisschen ins Spiel. Rap-Level und Crime-Level, zwei völlig verschiedene Welten. Lars ist gekommen und hat über Flair gesprochen. Danach hat er Zweifel bekommen, ob das so veröffentlicht werden soll, weil es hat einen Ratenschwanz, Flair würde darauf reagieren, vielleicht würde er ihn anrufen, vielleicht würde er ihn nerven oder was auch immer, weißt du, so er hatte keinen Bock auf den Stress im Nachhinein halt, ne? Also er würde nicht, er wird. Also das ist ja, also das ist jetzt eine Vermutung. Ich sage, er hat eine Sorge vor dem ganzen Stress, den es hatte, dass er halt vor der Entscheidung für sich stand, soll ich die Wahrheit sagen und Kopfschmerzen in Kauf nehmen, seine Wahrheit halt, oder soll ich das komplett seinlassendes Thema und kann in Ruhe mein Ding weitermachen und sich auf die Dinge konzentrieren, auf die er wirklich Bock hat. Das war der Struggle, den er innerlich hatte und dadurch, dass er das halt öffentlich schon kommuniziert hat, hatte ich die Möglichkeit, darauf einzugehen, ohne ihnen in den Rücken zu fallen quasi, ne? Wie jetzt bei anderen Podcasts. Weißt du, ich könnte zig Namen nennen, warum andere Leute da nicht ihre Podcasts veröffentlicht haben wollen, ne? Also das tue ich nicht, ne? So. Und das war die Möglichkeit, wie ich sagen konnte, wisst ihr was, ich lasse dieses echter geht's nicht Thema und Rap-Podcast mache ich gerne, aber ich will eine Art Backup haben und interessiere mich für Leute, für echte Menschen mit echten Storys, mit echten Geschichten, die hier kein Kunstfigur-Ding, kein Rapper-Image, kein irgendwas, ne? Also wo mich all diese ganzen Zeitgeschichten nicht interessieren halt, ne? Sondern die Story im Vordergrund ist und so habe ich halt mit Into Deep mein zweites Ding aufgebaut halt, ne? Wo ich sage, okay, ich habe zwei Podcasts. Einen Rap-Podcast und eins, was ein bisschen tiefer geht. Ähm, und es war ein gelungenes Ding, denn Lars hat dann doch zugestimmt, den Podcast zu veröffentlichen. Flair konnte darauf reagieren, ist danach gekommen und hat, ist darauf eingegangen und somit hatten wir eine geile, kleine Content-Spirale, also so ein Hin-und-Herg halt, ne? So. Und in der Form hätte ich gerne weitergemacht. Ah, du bist schon wieder am Freeze, ne? Ah, schade. Ähm, ich weiß jetzt kurz nicht, was hier wieder abgeht. Ähm, weil der Freeze ist jetzt wieder back. Und ich habe hier wohl, aber egal, ich habe ja noch den Chat, oder? Der, ihr habt mir zugehört. Ich hoffe... Bei mir. Achso, Samuel hat... Hört ihr mich eigentlich wieder? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Hast du das noch verstanden, gehört, was ich gesagt habe? Ja, so teils, teils, dann war ich plötzlich weg. Okay. Sorry, irgendwie hängt das Internet. Ich weiß nicht, ob es bei mir... Ich glaube, bei mir hängt es ein bisschen, wo es gestern so gut lief. Okay, also was ich meinte war halt, dass es dort funktioniert hat, mit dem der eine redet über den und der andere kommt zurück und redet über den zurück. Und so haben beide eigentlich einen sehr interessanten Beitrag geleistet. und es waren wirklich sehr gute Podcasts, gehören auch zu meinen Lieblings-Podcasts. Also, wenn ich hier jetzt runterbrechen müsste auf, weiß ich nicht, Top 5, Top 10 oder so, was ich will jetzt... Weißt du, was ich meine? Also, es waren zwei gute Dinge, die geschehen sind. In dieser Form weiterzumachen und vor allen Dingen auf anderen, heikleren Gebieten, ist nicht so leicht. Also leicht wusste ich, dass es nicht ist, aber ist nicht mal durchführbar, ist nicht mal machbar. Ich dachte, es wäre vielleicht naiverweise machbar, dass es da eine Lücke für mich gibt, weil ich viele verschiedene Leute kenne, sag ich mal, aus verschiedenen Welten. Ja, ja. Ich habe leider nicht alles 100% verstanden, weil ich eben einmal raus war. Oh, also was ist denn, kommt mein Ton nicht an oder was ist da los? Also zwischendurch war dein Ton weg, ich habe dann über das Handy weitergehört, aber habe dann halt ein bisschen, bin dann bei der Hälfte, sag ich mal, wieder eingestiegen. Aber ich glaube, ich habe schon so ziemlich verstanden, was du meintest. Meinst du aber nicht bei den Crime-Themen? Klar, du sagst, es ist was komplett anderes, wie jetzt mit Rappern zu sprechen, wo halt oftmals, oh, jetzt habe ich das und das gesagt, das sollte man lieber wieder rausnehmen. Bei Crime-Themen, da nicht teilweise noch ein viel größerer Rattenschwanz ist, wenn das halt vor allem, weil du ja mit lebenden Personen sprichst, bei denen die Sachen ja teilweise gar nicht so weit zurückliegen, dass da teilweise ein viel größerer Rattenschwanz hinten dran hängt. Also das ist, also ich meine, so ist ja die Erfahrung jetzt im Prinzip. Es ist der Rattenschwanz, der dranhängt, es geht hier nicht um, dass jetzt Leute immer wieder sagen halt, dass ich, also ich stehe gerade, für was ich sage. Wenn ich einen Fehler, wenn ich irgendwie scheiße labern sollte, auch bei diesen heiklen Themen, habe ich kein Problem, mich zu gerade zu machen, auch mich zu entschuldigen, wenn ich jemandem Unrecht tue und so weiter halt. Ich habe nach wie vor auch das Recht, so mir jeden an den Tisch zu holen und er erzählt seins, aber immer nur natürlich auch, wenn er über bestimmte Personen redet, wie wir gerade hatten mit Lars und Flair, dann kann die andere Person kommen und sagen, ey, so und so und so, weil über die Person wurde geredet halt. Wenn dann diese Content-Spirale von der anderen Person wieder nicht gewollt wird und so weiter, dann gerate ich halt, also ich muss halt die Waage halten. Ne, so, ich, dieses Verein nehmen lassen von einer Seite, das kann ich nicht, das, da bin, dann kann man halt mein, 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 mein Ding ins Spiel, was ich dann halt nicht zulasse. Und da können wir gerne über Manipulation sprechen und Vereinnahmung und so weiter halt, ne, auch. Ja, das war ja auch schon mal bei, äh, Burak kennst du sich ja auch. Na klar. Bei dem war es doch auch ein Thema mit, äh, ich glaube, Belasch und Flair war es, wo es ja dann im Hintergrund auch so ziemlich eskaliert ist, obwohl Burak ja eigentlich vorhatte, beide an den Tisch zu holen. Oder, nein, er hat es ja sogar getan, weil es war ja erst Flair da und Belasch ist dann im Nachhinein gekommen und das hat dann dazu geführt, dass Flair so sauer war, dass er Burak angerufen hat und ihn bedroht hat oder irgendwie so, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, also da gab es auf jeden Fall auch Tumulte, ähm, und das gibt's ja öfter, das darauf will ich ja gerne hinaus. Guck mal, Burak hatte das wie mit Flair und Belasch, äh, war das ein Problem, zwischen den Stühlen zu stehen. Ein Bruce hatte das mit K1 und Bushido und so weiter. Weißt du, was ich meine? Und da sind wir immer noch im Rapperspektrum. Also es ist nicht mal halb so wild. Weißt du so, weißt du, was ich meine so? Deswegen, also wie kann man es schaffen, sich vor Vereinnahmung zu schützen und eine neutrale Position zu bewahren? Und wo fängt da Manipulation an? Ähm, ich glaube, ich glaube, in dem, in dem Prozess, wenn du jetzt über Crime-Themen sprichst, äh, wo es ja immer, also es ist ja immer eine Frage der Perspektive. Also wenn du eine Person einlädst, dann hat die eine Perspektive auf die Sache und eine andere Person hat eine ganz andere Perspektive und dann, ähm, äh, tust du ja immer jemandem Unrecht sozusagen, wenn du nur die eine Perspektive hörst. Und vielleicht, aber das ist natürlich sauschwierig, gibt's in der Hinsicht die Möglichkeit, bereits im Vorfeld abzuklären, wer könnte der Kontrapart sein? Und sind beide Seiten fein damit, dass, ähm, nicht nur die eine Seite gehört hat? Das weiß ich doch im Vorhinein nicht. Wenn ich eine Anfrage bekomme... Ja, klar, aber dann können Sie es beide fragen. Das ist mir, das kommt im Nachhinein. Das ist ja, so was wächst organisch. Wir haben jetzt einen Talk ausgemacht. Ich weiß nicht, worüber du redest. Wenn du jetzt auf einmal anfängst, vom Leder zu ziehen und irgendwelche Leute beleidigst. Kannst du ja auch einfach machen. Das ist ja deine Sache. Ich bin ja nicht verantwortlich für das, was du sagst. Kommt noch. Aber sagen wir, es kommt noch, dass ich nicht verantwortlich bin. Nee, aber sagen wir, du würdest jetzt irgendwelche Leute beleidigen, du hast Stress mit anderen YouTubern oder keine Ahnung, ja, so. Dann erzählst du diese Geschichte, wie der Stress entstanden ist zwischen dir und irgendjemand anderem. Dieser andere meldet sich, nachdem das Ding online ist. Dann fragt er mich, nein, das war nicht so, ich will eine Gegendarstellung. Natürlich sag ich dann ja. Ja, ja. Aber ich denke, da bist du einer der wenigen. Was? Ich denke, da bist du aber einer der wenigen. Ja, aber da würde ich mich ja auch gerne positionieren. Warum soll ich denn wie alle anderen nur eine Sicht der Dinge durchboxen? Oder mich da vereinnahmen lassen halt, ne, so. Wenn du jetzt halt sagst, ey, ich bin auf der Seite von denen und denen und Westside und East Coast ist scheiße und ich berichte nur dafür, dann ist dann halt dein Ding halt, ne, so. Ich würde gerne da nach West Coast gehen, nach East Coast gehen und sagen, wie seht ihr die Sache, weißt du so. Und wenn es halt nicht so über heikle Themen sind, also die beste Intention ist natürlich, wenn man vermitteln kann. Also wenn wir jetzt einfach nur zwei streitende Parteien haben, ne, so jetzt, wenn es ja in diesem YouTuber-Spektrum jetzt wäre, wenn es jetzt, sagen wir mal, dein Level von Beef wäre halt mit anderen YouTubern, dann würde ich mich freuen, wenn man da halt vermitteln kann und dass ihr da euer Kriegsball begräbt, so, weißt du so. Ne, aber wenn es halt um ernste Geschichten geht, ne, wo Menschenleben auf dem Spiel stehen, dann geht's dir nicht um, dann ist das nicht so leicht, ne. Ne, natürlich nicht. Und dann geht's halt so, aber trotzdem ist interessant zu erfahren, für Zuschauer, besonders wenn die Geschichte eh in der Öffentlichkeit ist, was die Menschenkenntnis die eigene angeht, was die Wahrnehmung angeht, wen man mehr Glauben schenkt. Ich find das spannend. Voll, also ich auch, total. Also ich weiß auch nicht, ob das für dich jetzt ein zu krasser Themensprung ist, aber ich finde, basierend auf der Thematik, dass auch meine Wahrnehmung ist, dass du oft oder meistens beide Seiten die Chance gibst, bei dir zu sprechen, gab es jetzt gerade zuletzt einen Fall, wo zumindest eine Partei genau das Gegenteil behauptet. Also, dass du hier nur sehr einseitig kommunizierst und sprechen lässt. Von welchen? Wenn du ungefähr erahnen kannst, worauf ich hinaus will. Nein, was meinst du? Also ich rede jetzt konkret von Ruth. Achso, ich hab Ruth nicht sprechen lassen? Nein, aber das würde ich jetzt so nicht behaupten. Also ist ja auch nicht meine Behauptung, aber zumindest hab ich das erst kürzlich wieder mal so in der Art zumindest von ihm gehört, dass man halt bei dir hauptsächlich so die Partei rund um Cassius Clay und Twizy und so weiter gehört hat. Also jederzeit, ich würde niemals Ruth irgendwas sagen. Wenn er um ein öffentliches Gespräch Bock hätte, wäre ich safe dabei. Gar keine Frage. Ich würde aber nicht wollen, also ich würde mich nicht mit ihm streiten wollen halt. Das ist wirklich, ich hatte eine sehr, sehr enge Nähe zu ihm, ehrlich gesagt halt. Und das ist eine sehr unangenehme Sache für mich halt, dass ich da ein Statement machen musste und, und, und halt. Das ist halt nicht, aber dass ich ihn nicht sprechen lassen würde, ist halt nicht wahr. Und besonders auch nicht in dem Fall, weil wir haben, also Twizzys gekommen hat, geredet, Jaysus hat geredet, dann hat Cassius wieder geredet. Ich rede mit Mock, ich rede mit, egal wer, das ist ja, was ich versucht habe. Das haben ja andere wieder versucht von außen, dieses Zuordnung einem Lager. Ja, das musste ich das letzte Mal ein Statement machen, was da Bushido, Animus oder was da die Thematik war. Egal, also diese verkürzte Wahrnehmung, wenn ich das Ding jetzt online stelle, die sagen, ich bin Samuel Lager. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so. Die sehen uns beide reden und das ist halt so. Und wenn du noch öfter bei mir stattfinden würdest oder ich bei dir, dann erst recht, weißt du so. Ist egal, ob wir uns privat treffen oder nicht, weißt du so. Wir kennen uns, ich habe dich ja nie gesehen. Ich habe gestern das erste Mal von dir gehört, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem gebe ich dir jetzt Plattformen, ich bin solidarisiert, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du irgendwelche Leichen im Keller und naja, wollen die mich damit in Verbindung setzen. Oder ich, kann ja auch andersrum passieren. Das ist halt Blödsinn. Ja, natürlich. Also das ist eine sehr distanzierte Wahrnehmung und eine sehr kontraproduktive Haltung dagegen. Wenn ich ja versuche, Leute zum Gespräch zu bewegen, halt mit entgegengesetzten Positionen. Ja, ja, voll. Ne, verstehe ich voll. Ist ja auch jetzt, wenn ich sowas nachfrage über Roos, dann denken ja wahrscheinlich auch schon wieder gleich Leute, ah, er ist hier Team Roos und will jetzt hier so ein bisschen nachhaken. Wie läuft das alles? Und das ist auch überhaupt nicht so. Also ich bin wirklich einfach Konsument und schaue mir das alles an. Und habe eben vor ein paar Tagen zufällig gehört, wie Roos eben gesagt hat, ja, dass eben diese Seite hauptsächlich bei dir so Gehör bekommt. Und dass halt auch dein Statement, was du damals abgegeben hast, so ein bisschen für ihn so der Durchstoß war. Das alles andere war eigentlich nicht so wichtig, aber dein Statement hat ihm so ein bisschen den Durchstoß oder war halt das Schlimmste für ihn. Weil, dass die anderen gegen ihn sind, war ja schon im Vorfeld klar. Aber für dich, bei dir war eher klar, dass du eher ein Freund bist von ihm oder halt man sich kennt. Und dass dadurch, dass du dann dieses Statement veröffentlicht hast, war das dann so eine quasi so eine öffentliche Verurteilung. Und er hat halt gemeint, dass es jetzt ja Urteile darüber gibt, dass man das Twizy und Kuchen ja nicht mehr sagen dürfen. Und dass die das auch unterschrieben haben. Irgendwie so, ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen, vielleicht rede ich hier auch ein bisschen Bullshit. Und dass er das somit ja quasi bewiesen wäre, dass das nicht so stattgefunden hat. Und dein Statement aber immer noch online ist und er auch noch keine Entschuldigung von dir gehört hat. So in der Kurzfassung würde ich das jetzt mal so sagen. Ja, ich weiß nicht genau, was du da jetzt versuchst wiederzugeben. Und vor allen Dingen mit Anführungszeichen und so. Also wenn du sagst, ist deine Unschuld bewiesen, bist du davon überzeugt? Dann kannst du ja... Achso, du bist nicht davon überzeugt, aber es klang gerade so. Nein, 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 ich kann dazu ohne Witz, also ich würde ganz klar sagen, ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich war ja in keinster Weise dabei. Ich kann weder sagen, er war das sicher oder ich kann sagen, er war es nicht. Also ich kann dazu sagen natürlich, wenn ich ihm Unrecht getan habe und so weiter, würde ich definitiv um Verzeihung bitten halt. Und wenn das Gericht dann stattfindet, es gab irgendwie so eine Vorverhandlung oder irgendwas, was Behauptungen angehen kann, aber der Prozess darum ist gar nicht geschehen. Und ich persönlich glaube auch, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was an objektiven Beweisen da ist, ob es für eine Verurteilung reicht oder nicht. Und davon will ich auch gar nichts abhängig machen, sondern mir geht es nur um eine Beziehung zwischen mir und ihm. Und nicht, dass ich Lagerbildung betrieben habe, sondern mir ging es darum, dass jemand auf meiner Veranstaltung am Ende verletzt wurde. Und viele Behauptungen in seine Richtung gegangen sind von Leuten, die da anwesend waren. Das ist, was ich gesagt habe. Und am Ende, das ist halt, was ihn verletzt hat, was ich auch verstehe, dass ich mich dann eindeutig positioniert habe. Vor allem der letzte Satz, den ich in dem Statement gesagt habe, könnte auch too much gewesen sein, wie auch immer. Aber ich habe jedes Mal deutlich gemacht, es wäre auch andersrum gewesen. Wenn ich Bruce einlade und er wird verletzt bei mir auf einer Veranstaltung, dann stehe ich 100% hinter ihm. Es ist mir erst mal egal, was es im Vorfeld gewesen ist. Es gibt Dinge, die zu weit gehen. Und ich will hier nicht reinlegen, in welcher Form er eine Beteiligung hat. Indirekt, direkt, gar nicht, weiß ich nicht. Also Wissen, wie gesagt, es wurde viel geredet an der Veranstaltung. Deswegen gibt es ja auch dieses, ich habe mich distanziert, er meinte, ich wurde manipuliert. Das ist halt, das ist so der, das ist halt, was danach leider an Konsequenzen geschehen ist. Ja, das, eben, ich, also ich wollte dich auch überhaupt nicht irgendwie verurteilen dafür. Weil, wie gesagt, ich kann das von außen überhaupt nicht beurteilen. Und auch, was dir erzählt wurde oder was überhaupt dort abgegangen ist und so weiter. Vieles kriegt man wahrscheinlich ja auch in der Öffentlichkeit gar nicht so mit. Gespräche, die geführt werden im Hintergrund. Nur hatte ich halt jetzt so ein bisschen so die, in der Öffentlichkeit so die Wahrnehmung, dass aktuell halt mehr so übereinander oder aneinander vorbeigesprochen wird als miteinander. Klar gibt es auch irgendwann einen Moment, wo man nicht mehr so Bock hat, miteinander zu sprechen, sag ich mal. Wenn es eine gewisse Ebene überschreitet, hat man da halt auch einfach keinen Bock mehr. Ja, also ich denke... Ja, also ich lege nicht an mir. Ich bin offen für Dialog. Ich bin offen für Sachen wieder gerade zu machen. So, auch, wie gesagt, wenn ich Unrecht tue, mich zu entschuldigen und so weiter. So, ich bin für alles offen, was das angeht. Ich will besonders nicht mit Leuten, mit denen ich lange befreundet bin und so. Irgendwie was Öffentliches aus Schlammschlachten führen oder sowas halt. Meine Intention war nicht, ihn zu verletzen. Meine Intention war, meine Veranstaltungen zu schützen, meine Arbeit, meine Gäste. Und da ist halt auch eine Nähe zu mir ist, weißt du so. Es hätte ja auch, vielleicht wenn ich nichts dazu gesagt hätte, könnte das Gerücht entstehen, dass ich da mit ihm unter einer Decke stecke oder sowas halt. Wenn so eine Anstaltungen dastehen. Und wie gesagt, sowas würde ich halt nicht tun. Und ich war hin und her gerissen halt. Das ist nicht einfach. Aber wenn du dazu eine klare Meinung hast, kannst du die ja gerne äußern. Nein, also wirklich überhaupt nicht. Kein bisschen. Nein, nein, kein bisschen würde ich jetzt nicht sagen. Das wäre auch voll... Jeder hat natürlich eine eigene Meinung. Ich finde es nur anmaßend jetzt zu sagen, ja, das war sicher so. Oder das war so und so. Es gab ein paar Dinge, die ich wirklich schräg fand. Zum Beispiel, dass Twizy direkt am Tag danach bei Bushido im Stream war. Das war halt schon sehr, sehr... Das hat sehr shady gewirkt, weil klar, dass Bushido sich den dann gleich da schnappt und gegen seinen Erzfeind sozusagen da so eine direkte Vorverurteilung zu starten. Ja, damit habe ich was zu tun. Nee, da sage ich auch 0 zu 0 Prozent, dass du damit was zu tun hast. Das ist einfach so, die kommt halt so auf diese allgemeine Wahrnehmung obendrauf, sage ich mal. Und dann hat halt Ruth viel mit Jaysus drüber gequatscht. Und das Lager hat viel darüber gequatscht. Ich glaube, du hattest auch mal einen interessanten Talk mit Jaysus, wo ich mich jetzt nicht mehr eins zu eins daran erinnere, was ihr genau alles gesprochen hattet. Aber den habe ich auf jeden Fall auch gesehen gehabt. Aber da wurde natürlich auch noch vieles anderes bequatscht generell rund um das Beste. Genau, also ich bin nach wie vor offen, mit allen Seiten zu sprechen. Immer wieder auch. Und wie gesagt, wenn ich auch irgendwo Mist gelabert haben soll, wovor ich natürlich auch nicht gefeilt bin, besonders wenn jetzt Live-Talks kommen halt, kann man sagen, dass es Sachen geäußert werden, die man ja nicht so schnell zurückziehen kann oder rausschneiden kann oder so, lassen wir das alles so. Die Leute sollen es hören, es soll authentisch sein halt. Und wenn man halt hin- und hergerissen ist, wenn sich Lager bilden und von einem irgendetwas erwartet wird, sich zu positionieren, ist das halt immer eine sehr schwierige Aufgabe. Aber es gibt Dinge, wo es Grenzen gibt halt. Weißt du, was ich meine? Wenn es wirklich um Verletzungen geht, körperliche Attacken geht und so weiter halt, da kann einer im Vorfeld auch Schuld haben, weißt du so. Aber es gibt auch etwas, wo man sagt, das ist too much. Und damit will ich jetzt nicht jemandem direkt sagen, dass er wirklich für etwas absichtlich gesorgt hat. Ja, ja. Würdest du eigentlich, um mal so ein bisschen umzulenken, würdest du im Nachhinein eigentlich das Battle zwischen Jesus und Cassius Clay, findest du, dass das alles so gut gelaufen? Würdest du das nochmal so machen? Oder, wie ist so, würdest du sagen, Klickzahlen? Technisch hat sich das voll gelohnt? Oder würdest du, weil meine Wahrnehmung ist so ein bisschen im Nachhinein, dass, um jetzt mal so ein bisschen umzuschwenken, dass Jesus hier auch so ein bisschen einen Bärendienst geleistet hat gegenüber anderen etablierten Rappern, sag ich mal, dass es halt auch richtig, richtig nach hinten losgehen kann, wenn ich mich dort auf eine Battle-Bühne stelle. Ja, also das ist, was geht mich? Also ich versuche, interessante Battles zu sagen, wenn ich was hab. Ich fand's spannend. Wenn zwei Leute vorher sagen, ich mach dich Platz, zwei Rapper, dann ist das eine spannende Geschichte. Und dann lass schauen, was dabei passiert halt. Und ich würde auch Jesus zutrauen, da nicht mal einen draufzusetzen. Also ich find halt, das Bashing halt, wenn jemand sein erstes Battle macht, es spricht für Jesus, dass er halt in seinem Main-Match steht, dass da so viel Aufmerksamkeit drauf ist. Es gibt so viele Battle-Rapper, die wirklich gut sind, skills-technisch gut sind, aber die sind immer noch eine kleine Nummer. Die werden auch wahrscheinlich keine große Nummer werden, weil die sich nicht vermarkten können, nicht wollen, weil die das Ganze drumherum nicht checken und sich einfach nur aufs Handwerk beschränken. Und Jasis ist für mich ein übertrieben gutes, interessantes Gesamtpaket, was sein Kunstding angeht halt, ne? Voll, also ich will da ihm jetzt auch gar nichts absprechen. Und ich glaube, natürlich hat er das halt auch so eine gewisse Aufmerksamkeit, weil er so ein bisschen auch stellvertretend ja, zumindest war so die Außendarstellung oder Wahrnehmung, dass er es ja auch so ein bisschen stellvertretend für Roos gemacht hat, was wahrscheinlich gar nicht der Fall war, aber zumindest wurde es so von außen so ein bisschen so dargestellt. Ja, mag sein. Also was Inszenierungen angeht, gibt es viele verschiedene Herangehensweisen. Ich persönlich bin gar nicht, weil du auch gerade so das so klicktechnisch in die Frage formuliert hast, mich juckt das gar nicht. So diese großen Battles, die sind immer, die sind nervig, ehrlich gesagt, so, ne? Also ich, alles was, äh, so Leute mit wenig Aufmerksamkeit denken immer, man tut was für viel Aufmerksamkeit. Äh, ich hab so oft Dinge erlebt, die viel Aufmerksamkeit erregt haben und das gehört aber nicht zu meinen Lieblingsmomenten. Weißt du, was ich meine? So, Noah for Seven ist, glaube ich, das ist nicht das größte oder beliebteste oder klickzahlentechnisch das größte Battle, was es gibt, aber das war kein schöner Abend im Nachhinein, ne? Und hat auch einen Rattenschwanz gehabt, der mehr, also es war keine schöne Zeit nach dem Battle. Ich wollte dieses Battle teilweise gar nicht online stellen, halt, ne? Du meinst, dass das mit, äh, mit, äh, wo Kollegah dabei war, quasi? Genau, genau. Da sind im Nachhinein auch viele hässliche Dinge passiert und, ähm, deswegen, das ist nämlich, äh, also mir geht's, ich hab lieber, ich mach lieber ein Ist-doch-no-Rap am Corner mit 20 Leuten freestylen und danach gehen wir alle, äh, haben Spaß und das Video hat keine 10.000 Klicks oder grad mal oder sowas und das ist, äh, und ich freu mich. Weißt du, was ich meine? Das ist, äh, alles, was groß ist, Alpha-Royale-Skandal und bla. Es ist ja natürlich jetzt, äh, vergleichsweise nicht so schlimm wie alle anderen, wie die anderen Sachen, aber es ist nicht, ähm, also ich weiß nicht, also für mich ist das nicht ausschlaggebend, ne? Also, ich, ich, ich kenn doch diese Marketing, mach doch dies, mach doch das und dann kriegst du noch mehr Aufmerksamkeit und so, als ob, als ob. Ja, ja, ja. Hast ja gesehen, dieses Ding, was jetzt gecancelt wurde, ich glaub, ich hätt mit gar nichts mehr Aufmerksamkeit bekommen als das und hieß ja, nicht mal, das ist es wert. Ja, wenn du, wenn's jetzt noch irgendwann rauskommen würde, dann würde natürlich jeder sagen, ah, was ein Marketing-Ginni, ja, ja, ja. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, der wär nicht schlecht, also, ich, es gab ja auch schon in der Vergangenheit Rapper, die gesagt haben, uh, mein ganzes Album wurde gelöscht, wer war das, Meckes oder sowas? Und dann irgendwie kam's ein paar Tage später dann doch raus, es, äh, wär jetzt nichts Neues, sag ich mal. Ja, aber in diesem Fall, ja, glaub ich's jetzt aber nicht. Ja, also, ich, ich bin generell, ich mach gar nicht so ein großes Trara vor, also, es gibt gar nicht so, dass wir hier so Conspiracy-mäßig hier sitzen und sagen, wie können wir uns einen Promoplan ausdenken, damit wir Aufmerksamkeit erregen. Also, so eine Marketing-Abteilung haben wir nicht. Ähm, und, äh, wie gesagt, es ist jetzt nicht alles so, was im Vordergrund ist. Ich will Talks machen und ich red eher gerne über die Probleme, die im Nachhinein entstehen, weil ich die Art und Weise mir nicht gefällt und ich find's auch nicht korrekt so, ne, ehrlich gesagt, ne, ich denke, ähm, die Mühe, die man sich da macht und, ähm, die Neutralität, die man bewahren will, weißt du, so, es ist Dinge halt in der Position, also mich als Host, wen juckt der Host bei der Battle-Rap-Veranstaltung, weißt du, was ich meine? Es geht um die Battle-Rapper, ne, was ich meine, wen juckt denn der Interviewer jetzt, ne, so, das geht, die Leute, die sauer und enttäuscht sind, was ich auch verstehen kann, dass es nicht kommt, die interessieren sich ja für den Gast und seine Geschichten halt, ne, so, was juckt denn, was denn bei dem Interviewer los ist, ne, und, äh, da gibt's halt eher diese Kontroversen und diese Problematiken, wie viel, äh, Schuld soll denn ein, äh, Fragesteller bekommen, weißt du, so, seit wann gibt's denn Verantwortung für den Interviewer, für das, was der Interviewer sagt, weißt du so? Ja, ja, gut, das wahrscheinlich nicht, aber andere werden halt denken, warum gibt man ihm überhaupt eine Plattform, das wird halt einige, ich denke, die Fragen an sich werden es wahrscheinlich selten sein, ich denke eher dieses, ah, warum gibst du dem eine Plattform-Ding? Was ist daran ein Problem? Ne, ich selber habe ja keins, aber ich denke, dass die, dass diejenigen, die, äh, jetzt gerade in dem, in der neuesten Thematik davon betroffen sind, dass, dass das für die schon ein Problem ist. Ne, was ist generell an dem, dieses Plattform-Geben, ich verstehe dieses Konzept nicht richtig, heißt, was bedeutet das? Kannst du mir das erklären? Naja, du hast ja ein Format und in diesem Format interviewst du Leute und dieses Interview-Format ist ja deine Plattform sozusagen, dein Kanal. Ja, ja, klar. Und da entscheidest du ja schon, wen du da einlädst und wem du... Aber heißt das Solidarität oder was, 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 was ist der Vorwurf daran? Das meine ich, was ist das Vorwurfsvolle, was ist das Verwerfliche daran? Plattform-Geben klingt ja sehr, es klingt ja, da schwingt ja so ein Ton mit drin, so an, anstatt so, du machst dich mit dem gemein, du bist mit dem unter einer Seite. Ja, 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 also, also ich persönlich bin ja eher ganz gegenteilig. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich mit fast jedem unterhalten und finde sowas auch mega wichtig, außer mit ganz wenigen Leuten. Aber, ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt in dieses Thema involviert ist, sich dann halt darüber aufregt, dass der dann bei dir stattfindet und diese Sachen sagen darf, was er, wenn er woanders wäre, wenn er sagen würde, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen würde, wie jetzt bei dir. Ach so, du meinst, das Problem liegt gar nicht an, es liegt an der Größe der Plattform, nicht an der Plattform selbst? Ja, und auch an der Szene. Also, du findest ja in einer gewissen Szene statt und weil, wie du ja selber auch sagst, dass deine Talks so interessant sind, weil du ja aus einem gewissen Bereich kommst und dadurch sprichst du ja auch gewisse Leute an. Ja, also jetzt, wenn der jetzt irgendwie bei Spiegel TV stattfindet, dann wird das auch nur ein gewisses Klientel ansprechen und viele Leute, die jetzt vielleicht selber aus dem Milieu sind, die kriegen das noch nicht mal mit, dass der da stattfindet. Aber wenn der bei jemandem stattfindet, der selber gut vernetzt ist in der Szene, dann haben die schon so das Gefühl, kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann schnell so das Gefühl aufkommt, ah, die sind irgendwie besser vernetzt und jetzt darf der sogar bei dem stattfinden. Ja, also, ey, wie gesagt, ein Talk, also stattfinden, was heißt das? Also, der kann, jeder kann kommen und was erzählen. Das heißt ja nicht, dass ich cool damit bin, was der sagt. Das ist ja, und du hast auch das Recht, wenn du sagst, er labert scheiße, komm her und sag was anderes. Weißt du so, das ist, wo ist das Problem? Das ist ja halt, also, soll ich nur mit Leuten reden, die ich mag oder die ich cool finde? Nein, überhaupt nicht. Das meine ich ja, also, das führt ja, das ist doch Cancel Culture. Ja, ja, definitiv. Jeder, der sagt, warum gibst du eine Plattform, trägt zur Cancel Culture bei. Ja, in Teilen, ja. Ja, sind wir uns da einig? In Teilen, ja. Na, wieso, wo denn nicht? Ja, ich würde sagen, es gibt schon ein paar Leute, denen ich persönlich, aber das ist natürlich immer eine eigene Entscheidung, wo ich sagen würde, ganz klar, dem Person würde ich keine Plattform geben. Also, Nazis zum Beispiel, würde ich keine Plattform geben. Mit denen würde ich auch nicht reden. Das ist aber meine persönliche Meinung. Jeder darf da anderer Meinung sein, ne? Du kannst auch gerne in den Dialog mit jemandem gehen, der ein anderes, der da ein sehr anderes Gedankengut hat. Ich persönlich hätte halt gar keine Lust drauf. Ja, also, ich würde mich nicht gemein machen damit, aber ich finde halt kontroverse Gedanken, Meinungen interessant. Ich will wissen, wieso denkt ein Typ so? Besonders, was ich an der ganzen Geschichte problematisch finde, ist, wenn man jemandem sowas unterstellt. Weil mit dieser Hülle, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der ist ein Nazi, aber da keiner ist, dann fängst du ja trotzdem an, warum gibst du dir eine Plattform? Ja, klar, das ist natürlich immer ein schmaler Grat. Es gibt ja aber auch Personen, wo man es ganz klar sagen kann, die ja auch dazu stehen. Ist ja auch in der Vergangenheit schon passiert. Also, jetzt hier die Manuelsen-Thematik zum Beispiel, der mit dem, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, hier ein Interview geführt hat, der ganz klar, der im Interview sitzt und sagt, ich bin ein Nazi so. Dann gibt es ja keine zwei Meinungen. Da gibt es ja nicht, ey, jemand behauptet, du wärst ein Nazi. Ich glaube, das Problematische war eher vielleicht der Umgang damit. Also, wenn du jetzt sagst, man geht unkritisch mit einer radikalen Meinung um, dann bin ich bei dir. Dann bin ich bei dir natürlich. Da würde ich sagen, du machst Werbung für radikale Meinungen oder sowas. Das könnte ich eher noch so nachvollziehen. Aber ansonsten finde ich es interessant, wenn einer sagt, er ist rechts und der andere sagt, er ist links. Und dann frage ich, warum seid ihr so? Warum habt ihr diese Einstellung? Was ist denn da, will ich gerne wissen halt, was geht da? Also, mich juckt es jetzt gerade nicht so, weil ich jetzt nicht so überpolitisch affin bin. Es ist ja gerade meine Problematik. Ich kenne mich ein bisschen mit Rap aus. Ich kenne mich ein bisschen mit Straße aus. Ich dachte, ich rede genau über diese Themen, wo ich mich auskenne. Aber die Themen können bei mir nicht stattfinden, weil ich da anscheinend zu sehr, also, keine Ahnung. Bei anderen können die ja stattfinden. Bei mir ist das immer problematisch. Warum? Ja, ich denke, es ist halt ein Problem, wenn dann jemand deine Nummer hat zum Beispiel, der in der Thematik involviert ist. Weil wenn ich jetzt, ich wohne halt in irgendeinem Dorf irgendwo, wenn ich jetzt mit dem Interview führen würde, wer soll bei mir vorbeikommen? Also, weißt du, so ganz dumm gesagt, so, hey, Leute, was wollt ihr von mir so? Also, ich sage einfach nicht, wo ich wohne und dann könnt ihr auf die Suche gehen und dann guck mir mal und dann im schlimmsten Fall rufe ich die Bullen. Weil ich bin nicht aus der Szene und ich sage das ganz offen, weiß ich meine. Und bei dir wird es halt wahrscheinlich anders sein. Sehr viele Leute wissen, wo du bist. Sehr viele Leute haben deine Nummer. Dann gehst du wieder in einen Talk mit Mock oder was weiß ich, weil du diese Leute halt kennst. Und ich glaube, da fängt halt schon so ein Stück weit die Problematik an, dass die Leute halt sehr, dass die Hemmschwelle dich zu erreichen, sehr niedrig ist. Ja, das ist ja auch richtig so. Also, warum sollte ich mich nicht verstecken? Ja, ja, klar. Nein, ich sage ja auch nicht, dass das falsch ist. Ja, ja, genau. Also, ich bin, ich laufe rum, wohin ich will und sonst was. Weißt du, so, ich werde mich bestimmt nicht irgendwo in irgendeinen Stein unter einen Stein verkriechen, weil irgendwelche Leute irgendwas, so, das ist für mich, ich komme gar nicht in Frage. Und umso länger man etwas macht halt, das ist doch, dass dann immer mehr mich erreichen können halt, so, weißt du, ich wohne nicht in einem Dorf. Ich wohne in der Großstadt und rechts neben mir wohnt ein Polizist und links neben mir wohnt ein Gangster. Das ist halt, da bin ich halt. Das ist nun mal meine Welt. Ja, ja, voll. Also, ich sage ja auch nicht, dass das was Schlechtes ist. Ich versuche nur zu analysieren, wieso bei dir dann das so schnell passiert, dass sie zu dir kommen und sagen, hey, nimm das mal runter zum Beispiel, weil aus dem und dem Grund. Na, das ist nicht mal das Problem halt. Also, das ist halt, wenn Leute sagen, nimm mal runter, das ist jetzt, es geht halt um Konsequenzen halt, was alles gesagt wird. Es ist ja nicht so, dass ich sage einfach, also, ohne eine Gegendarstellung, das ist ja das Einzige, wofür ich bereit bin halt, wo ich sage halt, okay, ey, du sagst, du sagst so, du sagst so, komm, mach doch. Aber wenn dann der eine sagt, oh, wenn das online ist, dann kann das nicht online und wenn der online ist, dann musst du meins runternehmen. Das ist ja, was der Fall ist, was ja passiert. Es ist ja nicht so, dass Leute einen, also, die müssen sagen, also, was gekommen ist, ist halt, wenn der stattfindet, dann nimm meine Videos runter. Das ist passiert. So eine Art Druck wird halt aufgebaut, ne? Das ist ja schon fast Ablassung auch teilweise. Aber es ist nicht so, dass die sagen, die werden selber unter Druck gesetzt und sagen halt, ey, dann muss ich meins runterhalten, ne? Okay, okay, krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass viele, die da kommentieren, sich das nicht vorstellen können. Ich dachte, das ist wichtig zu wissen halt, oder? Voll. Wenn man glaubt, eine gefestigte Meinung darüber haben zu können. Ja, ich glaube, das ist halt das grundlegende Problem auch, warum Leute das dann so aufnehmen, ist, weil man halt selber überhaupt nicht in der Thematik drin ist oder sowas halt noch nie erlebt hat, auch nur ansatzweise. Weißt du, was ich meine? Dann kann man es sich auch nicht so richtig vorstellen. Genau, aber dann fühle ich mich so, als ob ich einen Horrorfilm auf dem Kinderkanal präsentiere und dann alle schockiert sind. Dann denke ich, okay, ey, das ist ja völlig das falsche Publikum dafür. Die haben ja gar keinen Plan. Ja, 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 ich glaube, ich glaube, grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass viele auch einen Plan haben, aber wenn es dann halt mal so öffentlich ausgetragen wird, weil sonst bekommt man das halt einfach nicht mit und dann, woher sollen es die Leute wissen? Ja, deswegen würde ich gerne transparent sein und darüber reden halt, weil ich merke halt, was für eine krasse Diskrepanz da herrscht halt. Ich meine, ich kenne viele Storys, so was hinter den Kulissen stattfindet bei Rappern und so weiter und wo ich denke halt, boah, wie die Wahrnehmung da ist halt. Aber da können wir jetzt wirklich weit zurückgehen, was Images angehen, wenn was Leuten verkauft wird, wer krass ist, wer nicht krass ist und sonst was. Ja, finde ich voll interessant. Findest du interessant? Ich finde sowas mega Interessantes ja genau das, was ich... Naja, ich rede zum Beispiel in meinen Rapper Talks gerne über das Image eines Gangster-Rappers, ne, so. Was gilt als authentisch? Es gibt Leute, die sind so Gangster, die sind schon gar keine Künstler mehr, ne, so. Und dann gibt's halt Leute, die gute Künstler sind und Streetlife eigentlich ganz gut porträtieren in ihrer Musik halt, ne, so. Und wo ist denn dann die angebrachte Mitte, wo man sagt, das ist eine, das kann man Real nennen und das ist schon Fake und das ist ein Studiogangster und das ist ein Echter und so weiter. Aber würdest du sagen, prozentual sind's wahrscheinlich eher weniger, die wirklich Real sind, sondern wahrscheinlich mehr, die es eher Real vermarkten können oder halt Real präsentieren können? und dann vielleicht noch die Leute um sich haben, die Real sind, die halt im Hintergrund sind? Also, also Real, die Frage ist die Definition von Realness halt, ne, ich würde jetzt auch, wenn du mich, man kann gar nicht sagen, ein Gangster ist kein Rapper halt, es sind ja zwei, es ist ja, es widerspricht sich ja, ne, ein Gangster will, ne, ein bisschen unter dem Radar bleiben und nicht in der Öffentlichkeit stattfinden und ein Rapper will halt viel quatschen in der Öffentlichkeit. Weißt du, ich meine, also, es gibt sehr bekannte Comedians, die darüber viele Witze machen, erster Code eines Gangsters ist Silence und ein Rapper, you talk to motherfucking much halt, ne, so, und das ist ja schon, widerspricht sich ja dann halt, ne, so, also es geht halt darum, was ein Konsument, wie man dem Konsumenten diesen Film verkauft, das ist alles. Ja gut, ich denke, real ist es ja auch, wenn du mal dort drinnen warst, also quasi ein Insider warst oder bist und dann durch Rap dort rauskommst, bist du ja immer noch real, weil du weißt ja, wovon du redest, oder nicht? Das ist, finde ich, eine sehr gesunde Auffassung, finde ich auch völlig in Ordnung, für mich ist das, also mich persönlich ist das, so bin ich auch groß geworden, jemand hat dieses Leben gelebt, der kommt von der Straße, hat aufgehört, ist ja eine Vergangenheit, so meistens kommt der gerade aus dem Knast und so und sagt, er will nicht mehr kriminell sein und jetzt vermarktet er halt sein Leben in seiner Mucke oder wie auch immer halt, das ist für mich, reicht Realness ausreichend halt, aber wenn du jetzt Leute fragst, die da 10, 15, 20, 30 Jahre drin sind, die lachen über jemanden, der da 5 Jahre kriminell war. Ja natürlich, klar, aber es wäre ja für den, also je nachdem, wann du halt berühmt wirst, aber für den Rapper, der meinetwegen aus so einem Bereich kommt, wäre es ja dämlich, wenn ich jetzt Saphir als Beispiel nehme, der ja über nichts anderes rappt, wie darüber, dass er Drogen tickt, ja, und Haschplatten und was weiß ich, wäre ja schon fast dumm, wenn der das wirklich machen würde und daheim hätte, weil dann würde er ständig hops genommen werden. Genau, also das ist halt, wie gesagt, Wahrnehmung, Außenwahrnehmung und so weiter halt, aber das ist, das ist alles noch so, ist alles noch Kunstbereich, ich finde das alles nicht so hochproblematisch, ehrlich gesagt, so, die Leute wollen den einen Actionfilm verkaufen und das war's. Ja, im Idealfall based on a true story halt, ne, so. Ja, wie wenn Bushido Leute durch Berlin jagt, ja. Geht ihm doch gut, Alter, finanziell. Ja, also finanziell geht's ihm super, natürlich, ich will ihm da nichts absprechen, aber ich denke, er wird da ja immer so ein bisschen als Paradebeispiel genommen für das Gegenteil, sag ich mal. Hm, genau. Ich dachte irgendwie, der Talk wird ein bisschen kontroverser oder so, dass du, weil du hast es, ich hab also kurz auf dein Video, auf dein Channel geschaut und du hattest irgendwie einen Streit mit, weiß ich mal, in Kalifornien oder so und da hast du irgendwie erwähnt, dass du eigentlich gerne diskutierst und so und ich dachte, du hast so voll die brisanten Fragen oder so, ne, also ich war so ein bisschen, äh, so ein bisschen. Also ich kann auch, ich kann auch noch mal mit brisanten Fragen kommen, vielleicht ist es auch der Zeit geschuldet, das ist jetzt so spontan, weil ich hab heute tatsächlich einen ganzen Tag auch so ein bisschen überlegt, was könnte ich für kontroverse Fragen stellen. Ähm, äh, tatsächlich ist dann wahrscheinlich nicht so, jetzt aktuell noch nicht so viel bei rumgekommen, wie du dir vielleicht erhofft hattest oder wie deine Ansage war. Ähm, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass es mein erster Talk auf Twitch ist, live, kann man ganz klar sagen. Ja, also, ey, ich bin, ich bin ein offenes Buch, ich bin ja auch ein bisschen nervös vor so einem Talk, ja, oder auch währenddessen. Ähm, dann kannst du dir mal vorstellen, wie nervös ich bei dem Statement war. Echt? Warst du wirklich? Na, ich bin auf jeden Fall verunsichert gewesen. Ich hoffe, das kam rüber. Deswegen hab ich ja so... Ja, ja, nein, definitiv, ja klar, aber, aber ich, so wie ich's wahrgenommen habe, haben halt, ähm, viele das genauso genommen als, oh, jetzt macht er einen so auf wie er, ich will Mitleid, sag ich mal, und, äh, will möglichst, äh, sad in dem Video aussehen, so, das ist ja so, glaube ich, das ist wahrscheinlich sogar der Hauptpunkt, warum es die Leute kritisiert haben. Ja, ich hab halt ein paar Memes gesehen, du heulend, äh, mit Kappe tief, im Dunkeln, weißt du so. Ja, ich glaub bei, ich glaub, das war bei, wie heißt der, Abo Intellektueller oder sowas wieder heißt, vielleicht kennst du den. Ähm, das ist, ähm, aber sowas macht eigentlich Spaß, das macht nämlich wieder lustig. Ähm, ja, ähm, also ich denke schon, dass das jetzt nicht, ähm, optimal gelaufen ist, und ich halt aber auch, also ein bisschen, also ich hab mir das Thumbnail nicht umsonst ausgesucht, ne? Also ich hab hier ein anderes Feldmännchen schon gehalten, wo ich definitiv klarere Worte gefunden habe. Ähm, aber dieses Weitausholen, dieses ein bisschen hin und her, diese Zweifel, die reinkommen, so, ich möchte über unangenehme Dinge sprechen, über Gefühle, die, ähm, dabei entstehen, wie Verunsicherung, wie Sorge, wie Ängste, wie all sowas halt. Über Sachen, über die Leute nicht gerne sprechen, über die würde ich gerne reden halt. Ich weiß aber halt nicht, mit wem genau, ne? Ja. Und hast du da vielleicht das falsche Publikum? Ein Publikum? Ja. Also nicht, dass ich deine Zuschauerschaft schlecht machen will, aber, ähm, du hast ja, du, du sprichst halt ein gewisses Publikum an, ist ja klar, durch Rap auch, durch dein, durch dein Background, wo du stattfindest, und dass diese Zuschauerschaft vielleicht dann gar nicht so Bock drauf hat, äh, 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 so komplett haltlose Vorwürfe geht halt, ne? Und, äh, über die Vorwürfe, die da wirklich eine Basis haben, über ein Fundament haben, über die würde ich ja gerne sprechen. Ja, was ist denn ein Vorwurf, wo du sagst, der hat dich getroffen? Wo du wirklich gelesen hast und gedacht hast, boah, okay. Ähm, ich hab keinen Maulkorb bekommen. Keiner hat gesagt, ich darf nicht reden. ne? Ich hab keinen, also, die Leute, äh, verstehen nicht, dass ich, ähm, versucht habe, eine Mitte zu halten. Die wollen halt den Kastra Talk sehen und alles andere interessiert sie nicht. Und, ja. das macht mich, äh, auch wütend teilweise, weil, ähm, ich gerne, wenn mir jemand Feigheit unterstellt, würde ich gerne mal einen dieser mutigen Leute kennenlernen. halt, ne? so. Ähm, Und, ähm, das ist halt, glaube ich, eher, dass ich denke, ich hab doch soweit ausgeholt und ihr habt immer noch so eine verkürzte Wahrnehmung, ne? Es gibt nur beide Seiten oder keine Seiten. Es gibt nur Kastra und Maulk Talk oder es gibt keinen Talk. Und vor allen Dingen bleibt es nicht beim Maulk Talk. Da wird wahrscheinlich noch jemand anders kommen und eine Gegendarstellung machen und eine andere Gegendarstellung machen. Und wenn Kastra dann sagt, ey, auf diesen, äh, auf diese Competition hat er keinen Bock, dafür ist er nicht zu mir gekommen, kann ich das auch verstehen. Ne? So. Er ist gekommen, um seine Geschichte zu erzählen und sich nicht mit jedem da auseinanderzusetzen. Er ist nicht zu einem Battle gekommen. Aber meinst du nicht, dass die, ja voll, aber meinst du nicht auch, dass die Leute das eigentlich auch genau das, äh, sehen wollen? Also so ein bisschen auch Entertainment-Faktor mäßig. Ah, jetzt hat Tiers da hier einen Maulkorb bekommen, jetzt, äh, wenn er das jetzt hier veröffentlicht, vielleicht hat er sogar noch im Hintergrund aufs Maul bekommen, um es mal so ganz hart zu sagen, ey, ich verstehe gar nicht, wie jemand denkt, ich hab schlimmere Sachen viel, als ob das eine Sache ist, die einen abschrecken wird. Also, bitte, ne? Also, wer nur sich halbwegs mit meiner Lebensgeschichte auseinandergesetzt hat, weiß, dass das, ähm, bestimmt nicht dazu führen kann, mich einzuschüchtern. Halt, ne? Andere Sachen könnten dazu führen. Ja. Das ist jetzt nicht so. Aber ich mein halt nur, dass das ja, dass genau sowas wollen halt, glaube ich, viele Leute sehen. So, ah, guck, Tiers da kann weit gehen, aber hier ist eine Grenze. Genau, genau. Jetzt hast du eine spannende Sache angesprochen. Ich mag Grenzgänger. Ich mag es Leuten dabei zuzuschauen, wenn sie an ihre Grenzen kommen. Und ich mag selber auch meine Grenzen zu testen, wo ich sage einfach, okay, ich hab mich hier in etwas hinausgewagt, wo ich mich doch übernommen habe. Ich habe gedacht, weil ich nur, weil ich Kontakte in zwei verschiedene Welten, Helden habe, dass ich hier eine Mitte halten kann. Aber bei diesem Thema ist das zu heikel. Da sind, da sind Themen, äh, die angesprochen werden. Die, die Leute sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, was für eine Tragweite das hat. Ich selber vielleicht auch nicht. Aber dann sag es, aber dann geh halt, da musst du, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen. Was ist denn die Tragweite? Naja, es wird über Mordfälle gesprochen. Es wird über Mordfälle gesprochen. Mehrere Mordfälle. Ja, ja, klar. Ist das, ist dem Leuten nicht bewusst, was für eine Tragweite das haben kann? Und, äh, dass andere Leute halt, äh, sich da involvieren wollen? Die irgendwas damit zu tun haben? Und sei es nur eine falsche Beschuldigung, wenn sie falsch ist? Ja, ja. Ja, aber ich glaube, aber das hast du wahrscheinlich dann in deinem Statement nicht rübergebracht. Ich habe in dem Statement weit ausgeholt und ich habe am Ende gesagt, dass ich glaube, diese Gedanken sind vorerst ausreichend. ausreichend. Ja. Ich kann auf, wenn ich, äh, diesen Talk wieder gebe und was davor, da mittendrin und danach passiert ist, ich kann hier noch weitere 20 Folgen machen, halt darüber zu sprechen. halt. Die Frage ist halt, was interessiert wirklich die Mehrheit der Zuschauer? Weil, wie gesagt, wenn ich aushole, heißt es, ich komme nicht auf den Punkt, komme nicht auf den Punkt und wenn ich es kurz und knapp erkläre, dann will ich in den Teppich kehren. Also, wie gesagt, recht machen kann man es halt kein. Deswegen, denke ich, die bessere Alternative, anstatt sich alleine vor eine Kamera zu setzen und einen Monolog zu halten, ne, was auch nicht besonders leicht ist, gerade bei so einem Thema, antworte ich einfach auf Fragen. Aber von Menschen, weil, guck mal, wenn ich mit dir rede und du sagst halt, hey, ich komme aus dem Dorf, ich kenne diese ganzen Zusammenhänge nicht und bla und ich habe mit dieser Welt nichts zu tun, dann verstehe ich, warum du da so eine distanzierte Wahrnehmung hast und dein Eindruck distanziert ist, weißt du, was ich meine so. Aber, wenn du einen Kommentar liest, dann nimmst du ja erstmal und vor allen Dingen, wenn der viele Likes bekommt, hat man, suggeriert das den Eindruck, als ob man die Leute für voll nehmen kann. Und dann will ich sagen, okay, ich will die Leute kennenlernen, wenn jemand mir Feigheit unterstellt, dann bring mir mal jemand, der mutig ist. Ja, also, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber ich komme nicht vom Dorf, ich wohne nur aktuell auf dem Dorf. Also, ich glaube, ich weiß, ja, also, ich glaube, ich weiß schon sehr viel, also, ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber ich glaube, ich bin schon ein bisschen tiefer im Thema, als manche sogar mir zumuten würden. Aber egal, das ist ja auch ein ganz anderes, äh, ganz anderes Feld. Ähm, aber ich glaube schon, mir fällt es auch schwer, gerade in Videos auf den Punkt zu kommen, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir schon vorgeworfen wurde, oder schon öfters. Aber ich glaube, das, was du ja gerade eben zu mir gesagt hättest, wäre schon was gewesen, wenn du es kurz und knackig in einem Statement verpackt hättest, dass niemand dir vorgeworfen hätte, du willst das Thema unter den Tisch kehren. Wenn du sagst, hey, hier geht es um, hier geht es um Morde und so weiter und Leute, die involviert sind, vielleicht Mord, äh, Beschuldigung auch, ja, das ist ein, für mich, viel zu heikles Thema, der ganze Rattenschwanz, der dranhängt, ähm, ist mir über den Kopf gewachsen, dann weiß ich nicht, ob die Leute wirklich gesagt hätten, du willst die Sache unter den Teppich kehren. Oder gesagt hätten, du hättest einen Maulkorb bekommen, sondern vielleicht eher gesagt, okay, das Thema scheint wirklich einfach krass zu sein. Ja, ich bin, ähm, wie gesagt, ich bin verunsichert, was das angeht. Ich sag ja, dass ich Zweifel bekommen habe und so weiter halt, dass ich sage, ey, ähm, es kann sein, ich hab ja vorgehabt, noch mehr Talks in diese Richtung zu machen, da standen schon einige Sachen an, ne, so, aber der, äh, und ich, den Rattenschwanz, den meine ich nicht mit Telefonaten, sondern halt hin, her, hin, her, erst kommt der, dann kommt der, dann kommt der, so wie ich das immer mache, aber das ist halt nicht mehr dieses entertainende Spektrum wie bei Rap-Talks halt, ne, das sind ernste Sachen und vielleicht halt auch eine Nummer zu groß für mich, weil ich hab eigentlich mit der Welt, also ich bin ja nicht Teil davon halt, ne, so, ich bin jetzt nicht so, ähm, dass ich über diese Fälle, über die gesprochen wird, irgendwelches Insiderwissen hab, ne, so. Ich denke halt, dachte halt, ne, so, dass ich mit auch einer gewissen Erfahrung, ne, vielleicht anders an die Talks rangehe, wie sie halt in der Öffentlichkeit stattfinden, das gefällt mir auch nicht, ehrlich gesagt, weil da, wenn der in einem WDR-Café sitzt, der Kastra, da ist, was glaubst du, was da gesprochen wird halt, denkst du, da geht man in die Tiefe? Ne, natürlich nicht. Vor allem sitzen da ja auch Leute, die keine Ahnung haben von der, von der Sache. Materie, meine ich ja, und wenn man so eine hochkomplexe Geschichten mit Leuten bespricht, die keine Ahnung von der Materie haben, was hat das für einen Mehrwert? Ja, nicht so groß natürlich, ja. Genau, deshalb habe ich versucht, da auch mal ein bisschen mitzumischen, ne, aber das ist leider, leider, weiß ich nicht so, wie gesagt, bin vielleicht zu, an meine Grenzen gestoßen, zu weit herausgeschwommen, in ein Gewässer, was ich nicht, ähm, ja, was ich, ja, was ich nicht mehr, weiß ich nicht, halten kann oder so. Ja, aber hättest du, hättest du vielleicht, hättest du vielleicht auch mehr Sinn gemacht, weil vorhin habe ich zwar was anderes gesagt, aber jetzt, nachdem wir so sprechen, da hättest du nicht vielleicht mehr Sinn gemacht, bei solchen heiklen Themen, doch zu sagen, hier diese Person, der hat ja auch, er hat ein Buch geschrieben, bin ich da richtig, oder? Genau. Ja, also er ist ja schon mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen, so. Das kann man dann nicht ganz klar sagen, so, hier ist jemand, der ist mit einer Thematik an die Öffentlichkeit gegangen und deswegen finde ich das Thema spannend, bin deswegen drauf, okay, er ist auf dich zugekommen, aber trotzdem finde ich deswegen die Thematik spannend, also habe ich den als Gast bei mir im Interview, es ist ein mega spannender Talk zustande gekommen und hier ist Ende. Genau. Und ich muss nicht noch mit, und ich muss nicht noch mit Mock in Live Talk gehen und ich muss nicht noch mit dem reden, auch wenn, ich weiß halt, ich weiß ja nicht, wie eng ihr seid oder was heißt ich oder wo? Es geht nicht da, wenn einer kommt, also wie kann man denn da seine eigenen Prinzipien verlassen, wenn jemand kommt und über andere Leute spricht und dann zu sagen, ich lasse die anderen Leute, was ja in diesem Themenfeld ja problematisch ist, weil die anderen Leute, die können sich ja gar nicht wehren, er kommt ja auf ein Spielfeld, wo die anderen nicht stattfinden können, wenn sie entweder noch aktiv sind, auf Flucht sind, im Gefängnis sitzen und 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 halt. Das ist ja, es ist ja schon unausgewogen. Aber wenn sich dann doch jemand findet, der eine Gegendarstellung macht, zu sagen, nee, mach ich nicht, dann mach ich mich ja wirklich gemein. Ja, aber ich glaube, genau da fängt halt dann die Problematik an. Also genau da wird es halt dann kompliziert, weil, also sagst du ja selber, wo hörst du dann auf? Ja, normalerweise eine Darstellung, eine Gegendarstellung und das Ding wäre durch. Also das wäre für mich jetzt, dann haben beide ihre Perspektiven geäußert und die Zuschauer können entscheiden, was sie cool fanden, was sie nicht cool fanden halt. Aber ich weiß halt nicht, wie es möglich ist, eine Neutralität beizubehalten. Entweder man, die Leute zerren einen automatisch auf eine Seite, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, aber kannst du dann, um jetzt nochmal dein Statement auch so ein bisschen abzuschließen, kann man dann jetzt sagen, du hast den Podcast oder das Ganze einfach nur gecancelt auf die Bitte und nicht auf... Ich habe, hast du den zusammen, also ich verstehe nicht, also du hast den Statement gesehen, die Reihenfolge war nicht so. Die Reihenfolge war, ich habe gepostet, ich habe Anrufe bekommen, die breit gefächert sind, von Sorge bis Druck, ja, so dass man sagt halt, okay, wenn du das und das bringst, kann das und das passieren halt. Ich habe dem nicht nachgegeben. Ich habe dann gesagt, mir doch egal, ich droppe trotzdem. Ja, es ist ja trotzdem erschienen, der Talk. Im Anschluss nach diesem Talk ging es darum, dass ich auch gesagt habe, Gegendarstellung und die muss da also, die ist dann direkt darauf eingegangen halt und da sind halt Dinge gefallen, die auch Kasra nicht gefallen haben, so zu Recht auch. und in diesem Kontext kam dann halt so, dass er sich das auch nicht so vorgestellt hat. Das ist ja halt so dann, ey, er ist gekommen, um seine Geschichte zu erzählen, aber nicht um zu battlen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Er meinte, sowas würde er niemals machen, dass er anruft während des Talks und sowas halt und so. Dieses, dass man halt beide sprechen lässt, wird nicht in so einem, bei so einer Thematik nicht funktionieren. halt entweder beide oder keiner halt. Das ist das Einzige, was ich anbieten kann. Aber ist da nicht der grundlegende Fehler, um das jetzt mal ganz klar zu sagen, deinerseits, dass du erst hättest alle Folgen rausstrahlen müssen und dann sagen, okay, jetzt hat er seine Sicht der Dinge geschildert und ich hatte ihn ja eingeladen zu mir. Also euch andere, die Gegendarstellung, kommt ja erst jetzt auf mich zu. Hätte ja passieren können. Also wartet, wartet und danach könnt ihr auch zu mir kommen. Hätte ja passieren können. Der Mocktalk hätte ja danach online kommen können oder alle, die da eine Gegendarstellung machen würden, hätte ja danach kommen können. Dadurch, dass es ja so ein längerer Teil, also das hätte ja jetzt einen Monat gedauert oder sowas halt, da wäre ja zu viel aufgewirbelt worden, um bis dann halt diese Gegendarstellungen kommen, dann wäre ja wieder zwei Monate vergangen. Also da halt eine zeitliche Waage reinzubekommen. Trotzdem ist ja das eine Ding dann auf Twitch gewesen und so weiter halt. Also das ist jetzt, ich glaube, daran hätte es jetzt nicht scheitern sollen, dass jetzt die zeitliche Abfolge wäre. Das kann den Leuten ja egal sein. Wenn du jetzt über Leute herziehst und ich dann morgen mit jemand anders darüber rede, dann ist doch egal für dich, wann ich was wo bringe halt. Ja, außer wir hätten zehn Folgen gequatscht und ich hätte zehn Folgen über die Person hergezogen. Deswegen ist meine Konsequenz daraus gewesen, komm live. Nächstes Mal, wenn er oder wer auch immer reden will, komm live, wir stellen das an, am nächsten Tag ruft mich einer an, mach Gegendarstellung fertig. Aber nicht jetzt zehn Folgen hier, zehn Folgen zurück und so weiter. Da habe ich halt auch eingelebt und meinte, ey, dann, weißt du so, ist mir auch too much. Ja. Ja, schwierig. Ich finde es echt schwierig, wie man damit besser umgehen kann. Ja, ich finde es auch schwierig. Deswegen möchte ich darüber reden und vielleicht gibt es ja jemanden, der intelligente Beiträge leisten kann. Ja, was sagt mir, was ist denn im Chat überhaupt los? Ich lese zur Zeit gar nicht, was überhaupt im Chat abgeht. Ich kann ja mal ein paar Chatfragen sehen. Ich muss ihn aber nicht mehr sehen. Ich habe zwar dein Statement geschaut, aber ich verstehe trotzdem nicht, was genau los ist. Ja, wie gesagt, es ist mir geschuldet. Ich habe ein bisschen zu viel heiße Brei und so. All diese Kritik verstehe ich. Redet um heißen Brei und komme nicht auf den Punkt und so weiter. Da bin ich voll bei den Leuten. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen mehr Talks, Gespräche und gehe einfach auf Fragen ein, die offen geblieben sind. Ja, vielleicht solltest du dir echt überlegen, wie kann ich das in zwei, drei Sätzen auf den Punkt bringen und das dann auch wirklich noch mal raushauen. Kurz und knackig. Ich jetzt? Ja, wenn du es kannst. Klar. Ich habe einen Talk gemacht, der sehr brisant ist. Viele Leute sind damit unzufrieden, wollten eine Gegendarstellung machen. Habe ich gesagt, na klar, könnt ihr auch machen. Dann war die andere Seite wieder unzufrieden damit, was in der Seite gesagt wurde, weil da wurden auch sehr viele unschöne Sachen gesagt, zugegebenermaßen. Deswegen, ich will das jetzt auch... Achso, sorry, dass ich reingrätsche. Ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, ja, unschöne Sachen kann ja vieles heißen. Könntest du jetzt zum, was ganz konkret, wurde hier jemand beschuldigt, wurde irgendwie... Es wurde beschuldigt, es wurde bedroht, es wurden Aufenthaltsorte geleakt. Oh, okay. Verstehst du, es sind problematische Sachen. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Ich kann nichts verifizieren halt. Aber halt, wenn das auch ihnen in Gefahr... Also, diese ganze Geschichte bringt verschiedene Menschen in Gefahr. Hier geht es ganz um mich. Nein, wer hat jetzt Leute geleakt? Jetzt Mock oder... also ich habe, als danach Mock-Talk kam, wurden Sachen über... Kastra hat über Leute geredet, er hat ja auch über Mock geredet, in einem anderen Talk, nicht bei mir, aber in einem anderen Talk. Und jetzt hat halt Mock über ihn geredet halt und auch viele unschöne Sachen gesagt, auch Anschuldigungen, Beteiligungen, Vorwürfe erhoben, genau so. Weißt du, das ist ja dann so beidseitig halt, ne, so. Also er wurde in deinem Talk quasi live bedroht. Er wurde bedroht, er wurde beleidigt, ne. Ich muss Kastra zugutehalten, Kastra hat nicht, hat in meinem Talk keine respektlose Beleidigung ausgesprochen. Ja. So, ne. So. Was die, dass die Aggressionen auf der anderen Seite da ein bisschen höher kochen und ja, dass da halt Beleidigung ausgesprochen wurde, ist halt auch wahr, ne. Aber besteht da im Live dann nicht eh generell viel mehr die Gefahr, dass dann sowas viel häufiger passiert? Also das halt einfach live irgendwelches Angekrankt werden. Also ich bin nicht verantwortlich für was andere Leute sagen, ne. Also, wenn Mock den Beleidigen kommt, ne, dann findet es vielleicht Kastra nicht gut, dass ich da vielleicht nicht besser interveniert habe oder wie auch immer. Ne, so. Aber wie gesagt, wenn Aggressionen hochkochen und Leute emotional werden, ne, das ist, ähm, dann ist das halt so, ne. Das ist halt, ich kann nicht sagen, also stell dir mal, Mann, wir können auch über Beziehungen sprechen, ne. Wenn jetzt einer, äh, wenn eine Frau behaupten würde, ihr Mann hat sie misshandelt, ja, und der Mann kommt, sagt, nein, das stimmt gar nicht, das war nicht so. Wir hatten, jetzt, Jüngste gibt's im Rap wieder so, ähm, so ein Thema über toxische Beziehungen und sowas halt, ne. Wenn da halt beide Seiten eingeladen werden, wer weiß, was dabei rumkommt. Weißt du so, das ist halt so, ne. Aber ich finde nur eine Seite sprechen lassen halt sehr unfair. Ja, aber dann, aber dann finde ich, also als kleine Kritik von mir sollte es schon im selben Format stattfinden. Ich finde schon, dass das Setting das gleiche sein sollte. Sonst ist immer, sonst ist das Spielfeld wird dann immer so in eine andere Richtung geöffnet. Weißt du, er kann live bei dir in Twitch dann einfach sagen, ey, wenn du, keine Ahnung, ich weiß ja, ich war da nicht dabei, ich weiß nicht genau, was er gedroppt hat, aber irgendwie ihn dann da live bedrohen und du kannst gar nichts dagegen machen, weil es ist live, während er bei dir im Interview hockt und Sachen sehr wohl rausgeschnitten werden könnten im Nachhinein, ja. Ja, aber das ist schon wieder so eine Wahrnehmung. Das kann man, er ist ja gar nicht da, er ist ja gar nicht in Deutschland. Der ist ja gar nicht da. Deswegen kann ja nicht, das kann ja gar nicht sein, dass dann der Talk nicht stattfindet. Es findet ja immer noch auf demselben Kanal statt. Das ist ja andersrum, wo man sagen könnte, du kannst ja deine Gegendarstellung auf deinem Channel machen. So könnte man ja auch argumentieren, haben ja auch einige. Aber das ist dann nicht mehr dieselbe Plattform. Es muss halt derselbe Channel sein. Ja, aber ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob es live ist oder ob es ein normaler Talk ist, der aufgezeichnet wird und dann veröffentlicht wird. Deswegen habe ich vorgeschlagen, an beide Seiten kommt er noch live. Lasst mich nicht diesen großen, langen Film machen mit Aufnahme, mit Schnitt, mit dies, mit das. Da ist ein ganzes Team dahinter. Ich bin ja gar kein Cutter. Ich kann aber auch verstehen, dass jemand sagt, ey, gegen Mock habe ich da überhaupt keinen Bock drauf, weil Mock ist jeden zweiten Tag live auf Twitch. Der ist da total affin mit, der weiß, wie man damit umgeht, wie man live quatscht und sowas. Und er halt überhaupt nicht wahrscheinlich, er ist wahrscheinlich gar nicht auf Twitch, wenn ich das jetzt so wahrnehme, wie ich das jetzt so gesehen habe. und für ihn wäre das ja ein komplett neues Feld. Und würdest du dich mit jemandem auf ein komplett neues Feld begeben, einfach so, wo du weißt, der ist da total gut drin? Also, ein Gespräch ist ein Gespräch. Na. Also, was meinst du, was ist unfair, dass das eine Gespräch aufgezeichnet wird und das andere live ist? Ne, ich sag nicht, dass es direkt unfair ist, ich sag nur, dass es von der einen Seite unfair aufgenommen werden kann, weil, wie du ja sagst, also ich will dir das nicht vorwerfen und ich weiß auch nicht, ob er dir das vorwerfen würde, könntest du ja rein theoretisch hingehen nachher, nachdem ihr das Interview geführt habt und Sachen rausschneiden, weil du sagst, du willst nicht, dass der und der beleidigt wird in deinem Talk oder sowas, ja, weißt du ja nicht, du kannst ja nicht in den Kopf von ihm reinschauen, ob er das vielleicht denkt, ja, und im Umkehrschluss sitzt du mit Mock im Live vor, keine Ahnung, zwei, dreihundert Leuten, ich weiß nicht, wie viele Leute zugeschaut haben und der kann ihn da einfach live bedrohen und beleidigen und sowas und da kann ja nichts rausgeschnitten werden, wer weiß, wer das nachher aufzeichnet und irgendwo veröffentlicht. Ja, du hast einen Punkt und deshalb habe ich auch gesagt als Konsequenz, lasst mich in Ruhe, ich mache nur noch live, also dann haben alle live, das ist jetzt mein Format, kommt live, quatschen, das Ding ist unverfälscht und fertig, ne, so, das ist das Einzige, was, weil, weil, wie gesagt, wenn das nicht geht, dann geht das nicht, der Nächste ist nicht da und so, das ist das Einzige, wenn ich sage, ich mache jetzt nur noch Live-Talks in die Richtung oder aufgezeichnete Talks mit anderen, wo ich sage, dass wir die versetzt halt rausbringen, halt, ne, dass ich jetzt sage, jemand kommt, macht Werbung für sein Album, aber das kommt erst nächsten Monat oder sowas, dann können wir das jetzt aufzeichnen und das wird jetzt kein großes Ding und jemand, wo ich mir vielleicht sicher bin, dass da jetzt im Nachhinein kein Druck aufgebaut wird, ey, bringt doch nicht raus und so weiter, ne. Ja, aber trotzdem kannst du, gibst du mir da ein bisschen recht in dem Punkt quasi. Naja, dass der eine die Möglichkeit hat, rausgeschnitten zu werden und bei dem anderen halt nicht. Ja. So, wobei ich fairerweise sagen muss, bei dem Talk, Astrid, da ist auch nichts rausgeschnitten worden. Also, ich sage ja nicht, dass du was rausschneidest, ich sage nur, dass es halt bei ihm so ankommt und er dann sich halt seine Gedanken macht und dann wahrscheinlich darauf basierend dann halt denkt, ne, da habe ich keinen Bock drauf und vor allem mich nicht auf ein Feld begeben von jemandem, der da schon total, ja, der da zu Hause ist, mehr oder weniger. Also, wenn Jaysus gegen Cassius Clay auf eine Battlebühne geht, obwohl Jaysus ein guter Rapper ist. Ist ja auch so, weißt du, das kannst du total untergehen, obwohl du im Vorfeld denkst, ja, der wird da bestimmt gut abliefern, aber konnte überhaupt nicht einschätzen, wie das da ist. Ja, also da reden wir immer noch von Kunst, aber hier geht es ja um ein Gespräch, um Fragen und Antworten, um einfach nur unverfälschten Gespräch wiederzugeben halt, ne, so, das ist alles. Ich muss mal kurz auf die Alexis hier eingehen, die sagt, sie fandet sich schade, dass ihr einen Talk gestern hattet und keine Abonnent schauen konnte. Ich hatte gar keinen Talk gestern. Dann verwechselst du was. Vielleicht wurde das irgendwie zufällig so angezeigt oder sowas, weil wir haben ja kurz gequatscht, aber es gab keinen Talk. Nee, nee, es gab keinen Talk. Ich glaube, es geht um den Mock-Stream von gestern, deswegen. Ah, okay. Ja, das hatte ich ja auch irgendwie falsch aufgefasst erst. Genau, da war ich, genau, da hast du ja auch gedacht, dass ich mit Mock nochmal in einem Stream bin, aber da war ich nicht mit dem Stream. Er hat auf mein Statement reagiert und auf andere Sachen. Was hier steht noch trotzdem, schade, aber ganz ehrlich, ich würde mich mit einem Mock auch nicht in ein Live setzen und mich von oben bis unten beleidigen lassen. Ohne Scheiß, da bin ich vollkommen auch der Meinung, weil ich habe ja Mock auch schon öfters gesehen und er ist sehr, er geht sehr schnell in diese Richtung und da hätte ich auch nicht so Bock drauf. Ist völlig in Ordnung. Niemand muss mit Mock in diesen Stream reingehen, ne, so. Ja. Aber ihm verbieten zu sprechen, Ja. Das, ich verstehe gar nicht, auf welcher Grundlage man das von mir verlangen sollte. Ja, ja. Außer ihr sagt, ihr mögt ihn nicht halt, ne, so, das ist ja was anderes. Na, ich persönlich, ich, aber klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, so Professor Nachhinein, ja. Ich persönlich hätte wirklich versucht, an deiner Stelle erst das alles rauszuhauen und mit den Leuten schon vorher klarzumachen, hey, ihr bekommt auch eure Chance zu reden, aber erst, ich habe das jetzt abgedreht, das ist durch, so, und ich möchte das auch veröffentlichen und das wird so veröffentlicht und danach könnt ihr gerne was dazu sagen. Ähm. Weißt du so, wenn man das so ganz klar kommuniziert hätte, ich weiß natürlich nicht, was das die Konsequenz gewesen wäre, kann ich nicht sagen, aber. Das ist bei einem Talk, ja möglich, was du sagst, aber nicht bei einem zehnteiligen Talk. Ja, das ist Zeit lang, ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, deswegen sage ich, ein Talk live, habe ich auch im Statement gesagt, das ist Standard. Äh, ein Talk, eine Darstellung, eine Gegendarstellung, das Ding ist durch. Ne, so, ähm, aber ansonsten so jetzt, so, das ist so, es ist einfach gesagt halt, ne, so, der kann, ich hätte ja, ich hätte, ich müsste es ja nicht direkt auf YouTube hochladen und jetzt eine Darstellung und eine Gegendarstellung und mache ich Mox, die Talks, die auf Twitch parallel entstehen würden, was jetzt auch nicht mal Twitch sein würde, vielleicht kommt ja auch einer und hätte, so geredet auch, was auch immer, äh, die hätte ich ja danach hochladen können, das ist ja nicht jetzt, äh, in welcher Reihenfolge die gekommen wären, das ja steht ja auf einem anderen Blatt Papier, ne, so. Ja, aber ich denke, es wäre, es wäre für das ganze Ding jetzt schon wichtig gewesen, wenn du jetzt zum Beispiel mit Mox so offline gequatscht hättest und es wäre dann danach rausgekommen, hätte sein können, dass der dann immer noch sagt, ey, ich will, dass du mein, mein Zeug runternimmst, weil ich will nicht, mich nicht mit Mox hier, äh, jetzt duellieren auf deinem Kanal, hätte eh immer noch sein können, aber dann wären die Videos ja schon online gewesen, sozusagen, dann hätte man die Kicks. Also das wäre ja voll in, es wäre eine Falle, ist ja schon eine Falle schnell, ist ja voll hinterhertisch. Ja, das ist so, ich bin wirklich transparent, was das angeht. Äh, Kasra wusste von Mox und wusste von dem Stream, bevor ich reingegangen bin, dass ich ihn mache und habe auch gesagt, er hat die Möglichkeit, äh, dazu zu kommen oder sonst was oder was dazu zu sagen, wenn irgendwas nicht läuft, er hat sich das, er war auch dabei live halt, ne, so, der hat es gesehen, ne, so, äh, und, äh, deswegen, also ich würde sowas nicht, ähm, hinter seinem Rücken machen, oder sowas halt, ne. Das, sowas mache ich nicht. Was ich halt, was ich auch ein bisschen schade finde und ich glaube, dass es auch so ein bisschen ein Problem ist, dass man halt zu wenig, ein bisschen zu wenig Kontext hat, auch als Außen, als Zuschauer. Weißt du, ich habe jetzt, äh, ich glaube, ich habe so 80 Prozent von dem ersten Teil von dem, äh, Talk gesehen, von dem Interview und wollte das auch weiterschauen, so, und dann habe ich aber schon dein Statement gesehen dazu, mehr oder weniger, ja, und den, und den Talk mit Mox habe ich nicht gesehen und ich als, als Zuschauer von außen frage mich erst mal, okay, was hat jetzt hier Mox überhaupt mit der ganzen Sache wieder zu tun, so, ähm, habe ich irgendwie was nicht mitbekommen, so, das, die Frage stelle ich mir dann erst mal und, äh, ja, so generell, was, wer sind die Leute, die dann im Hintergrund, äh, auf einen zukommen oder, ja, irgendwie fehlt mir da als Zuschauer so ein bisschen der Kontext. Die Leute, dass ich vielleicht die zehn Teile nicht gesehen habe auch. Es sind ja die Leute, über die er gesprochen hat und, äh, über Mox hat er in einem anderen Format gesprochen, ich glaube, da ging es um eine Fanfrage oder so und die beiden saßen halt in Urhaft zusammen und, und das ist der Kontext der Geschichte. Der Kontext der Geschichte ist, dass die zusammen in Urhaft saßen? Nein, dass, äh, dass, ähm, Kasra, ja, ja, dass er was gesagt hat, aber daher kennen die sich. Und Mox jetzt halt die Gelegenheit für sich dann genutzt hat, um da den Vorwurf, den er da erhoben hat oder die Behauptung, sag ich mal, da zu entkräften halt, ne, die über Mox aufgestellt wurde halt, ne, was, äh, was den Grund seiner Inhaftierung war oder irgendwie sowas halt, ne. Also die sind gar nicht so richtig in derselben Sache involviert, sondern die kennen sich halt, weil die zusammen in Urhaft waren. Der eine hat mal was über den anderen gesagt und man kennt ähnliche Leute oder wie, so um es grob runterzubrechen. Nein, ähm, ähm, Mox hat im Namen von einigen Leuten sprechen können. Ah, okay. Okay, ja. Über die Kasra redet, weil er redet über Leute, die halt nicht in der Öffentlichkeit stattfinden können. Ja. Und das heißt, Mox, das meinte ich, Mox kennt diese Leute, das meinte ich, so ist er involviert. Genau. Ah, okay, okay. Ja, ja. Ja, weil als Außen-Tuschauer weiß man das ja nicht. Ich weiß, du hast es nicht gesehen. Es fing gleich an mit, er wurde gebrieft, er weiß so über Themen Bescheid und so weiter halt, ne, so. Der ist so in der Sache drin, da geht es halt um konkrete Vorwürfe, konkrete Geschehnisse, konkrete Fälle und, ähm, da musst du halt schon Insider-Wissen haben halt, ne. Ja, ja. Und dieses Hintergrundwissen hatte ich auch nicht, ne. Also deswegen bleibt doch einiges oder vieles auch im Raum stehen einfach, wenn er das so behauptet, ne, weil ich kann nicht weder verifizieren noch in Frage stellen und, ähm, kann ja auch als Abnicken gewertet werden, wenn man mir irgendwas Böses unterstellen will halt, ne. Ja, ja. Ja, man fragt, also ich persönlich hab mich halt gefragt, was macht jetzt Mock hier eigentlich schon wieder, ne, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, so, äh, da hab ich mich halt trotzdem gefragt, warum ist er jetzt da wieder involviert, was hat er jetzt damit zu tun, aber in dem Fall macht's natürlich Sinn, wenn er Leute kennt, die, in dessen Namen er dann spricht, ja, dann macht das Ganze natürlich wiederum irgendwie Sinn, ja. Genau, genau. Dann konnte ich ja doch noch ein bisschen Kontext geben. Ja. Ja, ich persönlich finde klar, Kontext mega wichtig, aber natürlich auch, wie man ihn verpackt, weil du hast ja auch zu Anfang gesagt, dass dir Kontext so wichtig ist und dass du versucht hast, irgendwie in deinem Statement irgendwie so ein, äh, das, so einen Kontext auch wiederzugeben, warum das jetzt wie passiert ist, aber ich persönlich, ich hatte ja dann, ich glaube, ich hab's sogar zweimal angehört, ja, weil wir, weil nachdem der Talk dann stattfand, hab ich gedacht, ja, halt eine Reaction drauf, hab ich mir nochmal angehört, so muss ich schon ehrlich sein. Und was mir halt aufgefallen ist, weil das halt so lange war, dass man so ein gewissen, so ein bisschen den Faden verliert auf der Strecke, weil man halt selber persönlich nicht so investet ist. Weißt du, eigentlich nur wissen, äh, hat jetzt Tierstar hier einen Maulkorb bekommen oder warum, weiß nicht, meine, so jetzt auf das Kommentar nochmal zu kommen oder warum der Scheiß jetzt hier nicht auf YouTube so, ja. Ja, also, wie gesagt, ich hab zu weit ausgeholt, vielleicht hätte ich kleckerweise anfangen sollen, wurde mir jetzt im Nachhinein auch oft gesagt, ihr wisst, wie es mit der Aufmerksamkeitsspanne der Mehrheit zu tun hat und so weiter hat, ne, so, dann sollte ich vielleicht kleckerweise, ey, kommt nicht und so mehr Infos folgen, bla, bla, ne. Ich hab halt, vielleicht auch dummerweise, ähm, voll meine Perspektive in den Vordergrund rücken wollen und hab lange ausgeholt, wie viel, wie stresse ich das auch mit den anderen Talks ist. Es gibt ja mehrere Formate, von echter geht's nicht, zu alles Aktenkundig, zu Intuitive und es gibt immer diese Absagen, ich hab keinen Bock mehr darauf und gesagt, ey, wenn ihr reden wollt, kommt her, machen wir live und ich stell das Ding online und das Ding ist durch. Gar nicht so großen Filmmachen. Heutzutage ist das, glaube ich, gar nicht, so weiß ich nicht so. Andere sollen machen, wie sie wollen, mir reicht's damit halt, ne, so. Und ich will das halt deutlich machen. Ich will auch nicht, dass sie, und ich wollte auch nicht, dass es so rüberkommt, als ob immer alles glatt läuft und das erste Mal kommt ein Podcast nicht online und dann heulich rum. Weißt du so, nein, das ist der, der, das ist der Tropfen, der das fasst. Aber ich glaube auch dadurch, dass das jetzt relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, kommt es für viele so rüber. Wie war's? Weißt du, ich meine, viele haben ja vielleicht auch gar nicht das Lasting, zum Beispiel vielleicht gar nicht mitbekommen, bekommen jetzt das mit und denken, ah, was holt der denn jetzt rum, wer jetzt geht hier einmal. Aber deswegen habe ich doch den Kontext, deswegen habe ich die Chronologie aufgerollt. Ich weiß voll, ich weiß voll, was du meinst, aber wenn man halt nicht so, nicht so emotional mit drin ist, dann hört man, also mir persönlich geht's so, dass ich ganz oft so Talks oder Videos, ähm, so nebenher höre. Weißt du, was ich meine? Ich höre das so, ich mache was anderes, höre das nebenbei und dann denke ich mir, ja, was hat er denn so, um es dumm zu sagen. Das ist doch okay, wenn du das nur nebenbei hörst und es alles so ein Zeitding für dich ist, so für mich ist es mein Leben, für dich vielleicht Entertainment, so, ne? Ja, nein, voll. dann ist das, wenn du mehr Bescheid wissen willst, mehr Hintergrundwissen haben willst, dann bin ich, stehe ich zur Verfügung. Wenn dir das zu much ist und das ist nur ein kleiner Side-Note, dann ist okay, hör dir das so nebenbei an, dann, weißt du, so mache ich vielleicht ein paar Shorts, dann hör dir nur den Short an, weißt du, so und fertig. so, dann, aber ich wollte jetzt auch ganz klar sagen, dass es nicht auf mich, ich wollte das nur als Beispiel. Aber ich denke, es gibt genug Leute, die das auch, für die das nur nebenbei ist, so halt und die interessiert das so tiefgehend gar nicht. Das merke ich ja an der Resonanz. Ja, das meine ich ja gerade, ja. Genau und ich muss ja, aber es gibt ja trotzdem Leute, die auch die Hintergrundgeschichte interessiert. Weißt du, so was, nur weil die jetzt da ein bisschen lauter schreien, heißt das doch nicht, dass ich die anderen ignorieren muss. Nee, überhaupt nicht. Würdest du eigentlich generell, hast du ein paar Reactions gesehen auf dein Statement? Ich würde mir Marvin geben wollen, weil ich da gesehen habe, dass er reagiert hat und ich habe damit angefangen, aber ich kann auch, wenn es das nicht ist, ich kann auch, also ich gucke mal, vielleicht morgen dann würde ich dann, vielleicht mache ich eine Reaction oder so. Also du hast dir noch keins angeschaut, oder wie? Gibt es noch mehr? Ich habe jetzt nur Marvin. Also ich habe gesehen, dass Mog auf jeden Fall gestern sich es angeschaut hat, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, genau. Ich habe bestimmt noch andere gesehen. Ich will jetzt Falsches sagen. Wenn du sagst, Marvin war spannend, dann gucke ich mir das gerne an und vielleicht reagiere ich auch drauf. Ich weiß nicht, ich war spannend, Ja, also den würde ich als Pro einstufen, was das ganze Reaction-Ding angeht halt. Und ich bin eigentlich so, ja, es wäre jetzt krass, wenn ich jetzt auch so ein Reactor werde. So habe ich mir meinen Werdegang nicht vorgestellt, aber ich würde mich jetzt auch nicht davor verschließen komplett. Nee, ich hatte halt gedacht, vielleicht hast du schon was gesehen und wolltest dazu was sagen oder so, aber in dem Fall nicht. Ja, sag gerne. Also ich habe angefangen halt, ne. Aber da war ich halt so nebenbei. Also ich habe telefoniert und so weiter. Also bei anderen dann doch auch, ja. Ja, also ich wollte halt wissen, keine Ahnung, ich gucke es mir nochmal an, also keine Ahnung, wenn du sagst auch gut, ich reagiere da gerne drauf. Ich gucke mir das. Ja, gerne. Ich meine, heute ist schon zu spät, ich will mich jetzt nicht den ganzen Abend damit beschäftigen, aber vielleicht morgen findet sich da auf jeden Fall Zeit. Okay, okay. Ja, ja. Ja, gut. Also eben eine Reaction auf das Statement ist, muss man ehrlich sagen, aber auch natürlich in der Hinsicht anstrengend, weil es sehr lange geht. Ohne jetzt dir zu nahe treten zu wollen, aber ich habe auf jeden Fall, ich glaube bei Marvin ging es schon recht lang. Ich könnte jetzt gerade mal schauen, aber der war schon, ich meine, hat er sie nicht sogar schon hochgeladen auf YouTube? Ich habe es gesehen, es war auf YouTube. Ja, ja, gell? Also im Stream habe ich es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es es auf YouTube gibt und wie gesagt, reagiere ich auf eine Reaction oder wie auch immer man das dann nennt. Noch ein neues Fenster im Fenster, ja. Genau. Wobei ich da kein Reaction-Video habe, ich habe da so, ich muss mal damit an... Doch, ich habe mal auf eine, auf ein Battle reagiert. Also einfach im Stream, aber dass ich jetzt auf YouTube die Dinger auch noch online stelle, weil ich müsste dann jetzt langsam in diese Live-Rolle, wenn ich jetzt die anderen Sachen alle ein bisschen weiter vernachlässige, sage ich mal. Also so ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr die Auswahl treffe, was die Gäste angeht oder sowas halt, weil ich will jetzt keine Rap-Talks aufgeben. Ich mag die Hip-Hop-Talks wirklich sehr. Ja. Ne, so. Ich wollte halt irgendwie das erweitern. Ich dachte, es ist spannend. Ich habe, wie gesagt, mich vielleicht auch ein bisschen übernommen. Vielleicht auch etwas naiv gewesen, dass ich dachte, ich kriege das hin mit allen Seiten gleichzeitig und so. Aber das ist vielleicht doch too much bei sehr viel heiklen Geschichten. Meinst du aber nicht, dass so Talks auch live drunter leiden können, wenn die Personen nicht so geübt darin sind und dann immer im Hinterkopf haben, oh, da schauen jetzt auch andere Leute noch mit zu? Dass du nicht so diese, weißt, wenn du jetzt mit dem in einem Raum sitzt und da ist vielleicht noch eine andere Person, die die Kamera macht oder was weiß ich, dann kommt ja schon so eine Art Atmosphäre auf. Man sitzt zu zweit im Raum. Das ist wie ein Gespräch. Wenn man aber immer im Hinterkopf hat, da schauen noch Leute zu, ich muss aufpassen, was ich sage, dann gibt man sich ja auch selber immer, also manche Leute, sich bestimmt auch so automatisch so eine Art Maulkorb. Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht, weil da bin ich jetzt noch kein Pro. Ich habe schon jedes ein oder andere Live-Gespräch gemacht, natürlich. Aber ich persönlich, deswegen bin ich ja nicht früher umgesattelt, weil ich mag eigentlich diese persönliche Atmosphäre, wenn man wirklich beieinander sitzt. Das hat für mich hier so, weiß ich, Corona-Vibes gehabt oder weiß ich, so die Zeit, wenn man persönlich an einem Tisch sitzt und ein intensives Gespräch führt. Ich muss sagen, meine Erfahrungen sind ja, wir haben jetzt die negativen Aspekte voll in den Vordergrund gerückt, aber es gab sehr viele positive Aspekte, auch überwiegend, würde ich sagen. Also es sind mehr positive als negative, um das nochmal deutlich zu machen. Es gibt Leute, die kenne ich sogar länger, aber ich hatte noch nie mit denen so intensive Gespräche wie dann in einem Podcast. man kam manchmal gar nicht dazu, man trifft sich sporadisch, man trifft sich auf Partys, man trifft sich mit Leuten, man trifft sich so, man geht essen oder was auch immer oder sonst was, aber man hat nie diese Atmosphäre, wo man mal tiefgründige Gespräche führen kann, wo man sich eigentlich nur trifft und sagt, komm, wir reden mal ganz intensiv über Dinge, die dich wirklich beschäftigen, über deine wahren Gedanken, über deine echten Emotionen. Was beschäftigt dich innerlich? Und da sind wir ausgeahnt. Auf einmal so habe ich zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden Talks gemacht halt mit Leuten und habe Dinge über Leute erfahren, wo ich dachte, krass, wir kennen uns so lange und da sind auch viele Gemeinsamkeiten bei rumgekommen und Sachen, die ich für mich auch mitziehen konnte, rausziehen konnte, Lehren, die ich genommen habe, wo man Parallelen ziehen konnte halt. Wenn das alles verloren gehen wird, bei Live Talks, weil jemand sich, wie du gerade meintest, sich selber da einen Maulkorb aufsetzt, einfach eine Hemmschwelle hat, wo man sagt, okay, jetzt passe ich mal wirklich auf, was ich sage. Heutzutage kennst du Kalt ja auch, ein Wort kann manchmal dazu führen, dass einer an irgendeine Ecke gedrängt wird. Wenn da was rausrutscht, was so nicht gemeint ist, dann ist das schade, wenn dieser offene, ehrliche Dialog verloren geht. Also wenn das jetzt die nächste Konsequenz wäre, deswegen, ich will mich gar nicht festlegen, dass ich jetzt sage, wirklich absolut nur noch Live Talks, weißt du so, aber vielleicht eine Mischung, vielleicht kann ich, mach ich einfach, Mann, ich bin doch schon bekannt dafür, auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen. Jetzt ein neues Format, also ich will dem gar keinen Namen geben oder sowas, weißt du so, ich will einfach nur, das ist nur der Einfachhalber, sodass ich sage einfach, guck mal, wie unkompliziert das war. Wir haben keine große Vorbereitung, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, was du sonst machst, ich lerne dich kennen, weißt du, es ist ein sehr angenehmes Gespräch, so und wir können es morgen raushauen, da gibt es keine großen Katze, ich bin noch nicht mal auf Toilette gegangen. Ja, aber warum ich es halt auch meine ist, weil ich selber, weil du hast ja vorhin gesagt, du hast in einem Video von mir gesehen, dass ich Diskurs liebe und das ist auch so und ich würde auch sagen, dass Freunde von mir das zu 100% bestätigen würden, ich aber schon gemerkt habe, dass jetzt zum Beispiel in diesem Live-Talk ich jetzt nicht mir einen Maulkorb verpasst habe oder so, aber ich glaube, dass ich manche Sachen schon, wenn wir jetzt gegenüber sitzen würden und miteinander quatschen würden, dass ich manche Sachen vielleicht schon noch ein bisschen spitzer vielleicht dich gefragt hätte oder so und dass ich schon merke, dadurch, dass ich jetzt nicht so, weil da gibt es ja Leute, die können das richtig gut, aber dass ich jetzt merke, da fehlt mir noch so ein bisschen die Übung, dass ich weiß, okay, da sind jetzt im Hintergrund Leute, die schauen zu, vielleicht sollte ich aufpassen, wie ich ihnen das und das frage oder kann ich ihnen das fragen, weißt du, was ich meine so, das sind ja automatisch die Gedanken, die man sich in so einem Moment so ein Stück weit macht und das alles führt ja zu so einer gewissen Blockade, dass so ein Gesprächsfluss zustande kommt. Ich meine, ich finde, bei uns ist ein ganz guter Gesprächsfluss zustande gekommen, aber es könnte halt eventuell auch noch ein besserer zustande kommen, das meine ich halt damit. Da bin ich fest von überzeugt sogar. Ist natürlich schade, wenn du irgendwie zurückhältst mit Gedanken halt, so ich mag natürlich, wenn man frei von der Leber einfach spricht so, aber ey, es muss ja nicht das letzte Gespräch sein, weißt du, das ist jetzt das einzige Ding, wenn irgendwas mal dir auf dem Herzen liegt oder sonst was oder wenn du das jetzt auch öfter machst, so ich bin grundsätzlich offen, was das angeht und also ganz easy eigentlich, ich weiß nicht, ich selber empfinde mich gar nicht so, dass ich so, also ich mag, mit umgänglichen Personen eigentlich so eine Dinge abzuhalten halt, so deswegen, also ich, wer weiß, was das nächste Fettnäpfchen ist, wie gesagt, ich habe damit ja nicht gerechnet, so kann sein, dass jetzt auch Dinge passieren, wo man sagt, oh oh, wäre das mal lieber nicht online gekommen, kann ja sein und dann haben wir den nächsten Skandal und das nächste Statement. Das Problem, ich glaube, was halt auch ein grundlegendes Problem ist, bei mir ist, dass ich dich halt auch relativ oder eigentlich sehr sympathisch finde und das ist halt immer schon relativ schlecht, um jemanden so, sage ich, ich will den jetzt irgendwie vielleicht sogar an irgendeine Grenze führen, dass er vielleicht sogar in diesem Live-Talk ein bisschen blöd aussehen könnte, was überhaupt nicht meine Intention wäre oder sowas, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, mit Marvin California, wo ich jetzt halt zuletzt so, kein Streit oder sowas, aber halt so ein bisschen so, ich ihn ein bisschen kritisiert habe, sage ich mal, wenn wir jetzt in den Talk gehen würden, dann wären wir halt beide wahrscheinlich schon im Vorfeld so ein bisschen salty aufeinander und dadurch würde natürlich wahrscheinlich auch ein deutlich aggressiveres oder ein Gespräch stattfinden, wo mehr diskutiert werden würde. Würde ich jetzt behaupten, als wenn ich jetzt mit dir in ein Gespräch gehe und im Vorfeld schon denke, ja, ich finde ihn eigentlich voll sympathisch. Danke auf jeden Fall, ich finde dich auch sympathisch, deswegen ist alles cool, ich will gar nicht so, also wir müssen ja nicht, also es ist eine sachliche Diskussion, hat für mich damit gar nicht so viel zu tun, so wenn du, egal wie Sympathie im Raum steht, wenn du irgendeine Aussage triffst, wo ich sage, die sehe ich anders, dann sage ich das halt auch und das kannst du auch sagen, ohne dass ich das wirklich persönlich nehme, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du mich hier beleidigen willst oder ich dich oder sowas, darauf soll es ja nicht hinauslaufen. Natürlich ist für Leute das spannend zu sehen, wenn sich Leute fetzen, so in der Öffentlichkeit halt quasi, so ein bisschen battle-mäßig, richtig, aber dazu muss ja, zwischen uns ist ja nichts vorgefallen, so ist ja halt nicht das Ding und jetzt kannst du dir vorstellen, was man vielleicht für Erfahrungen macht bei Pros, wenn du sogar eingeladen wirst, für ein Gespräch und du wirst sehr gastfreundlich behandelt von einer sehr respektablen Person und die sind alle sehr nett zu dir und dann sitzt du da in deinem Wohnzimmer und versuch mal dann zu kritisieren. Ja, das stimmt, das ist, das stelle ich mir auch schwierig vor. Unter Pause schenken sie dir noch Kaffee ein und du bereitest die neueste kritische Frage vor. Ja, das stelle ich mir auch extrem schwierig vor, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem bei Leuten, die nett sind, wo man vielleicht sogar im Vorfeld sogar ganz anders mit so reingegangen ist, ich will den jetzt so richtig hier mal sagen oder an die Grenze bringen oder irgendwie zum Straucheln bringen und dann kommst du da rein und merkst, okay, ist voll die nette Person. Das ist wahrscheinlich immer schwierig dann. Aber wahrscheinlich habe ich mir das erhofft halt, weil ich halt gesehen habe, dass du meintest, dass du ja gern diskutierst und so weiter und ich dachte halt, wir haben diese Barriere, dass wir einfach sagen, wir kennen uns ja gar nicht und da kann ja halt was entstehen und dass ich jetzt halt nicht, weißt du, so einen Freund von mir jetzt einlade, der versucht, mich krampfhaft gut dastehen zu lassen. Das wäre dann auch nicht vielleicht das Richtige dann. Ja, voll. Ja, ist in dem Fall nicht ganz so geworden, aber trotzdem. Ach, ey, cool. Mal gucken. Wir können ja auch Dings so. Ich glaube, ja, ich glaube, ein paar Punkte konnte ich schon ansprechen, wo jetzt so auch so in den Kommentaren oder wo so gesagt wurde, da konntest du schon nochmal drauf Antwort geben. Ja, voll. Also wie gesagt, auch einen guten Input und so weiter und halt einen Eindruck halt, wo ich dann auch ein bisschen Unverständnis manchmal habe, wo ich dann sage, es gibt Kritik, wo ich sage, okay, die kann ich annehmen und dann teste ich aber auch vielleicht meine eigene Kritikfähigkeit, wo ich sage, okay, krass, dafür habe ich Verständnis und dafür habe ich eher weniger Verständnis und ja, vielleicht kann man das dann in einem direkten Dialog besser klären. Toll. Aber eigentlich voll cool. Ja, ich habe noch was von vorhin vergessen, wo du gesagt hast, dass eben so coole Talks entstanden sind mit Leuten, die du schon ewig kennst. Da wollte ich nur sagen, ja, da fällt mir ein Talk ein mit Kalusha, wo ich extrem, also den habe ich sehr gefeiert, den Talk, weil ich war früher, also ich habe den richtig gefeiert, als er damals am Start war und dann war er ja wirklich so komplett von der Bildfläche verschwunden, ja, außer vielleicht einmal sein kurzer Auftritt bei Hoodwitch auf dem Kanal, aber ansonsten war ja nie wieder was so und da fand ich natürlich fand ich euren Talk mega krass halt auch mit dem, dass ihr halt so Überschneidungen hattet. Das fand ich dann schon auch ein interessantes Gespräch, sag ich mal. Ja, krass cool, dass du das feierst, weil da merke ich ja noch ein bisschen, wie deep du drin bist. Ich dachte halt, es ist ein Unterschied, so wenn man, ich dachte, kann ich mich eher aus der Battle-Rap-Geschichte halt, ne, so, aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr, auch ein sehr intensiver, guter Talk und auch Dinge sind dazu Vorschein gekommen, über die wir persönlich noch nie so gesprochen hatten halt, ne, so und das war dann für mich auch ein großer Mehrwert, ne, auf jeden Fall. Ja. Ja, cool, cool die Sache. Hattest du Saeed schon mal im Talk? Ne, aber ich hoffe, das steht bald an. Ich weiß nicht, wann er demnächst was rausbringt. Jetzt bald, ja. Ja, ja, das ist halt, da steht was an, weiß ich und ich glaube, da kommt auch was mit Tarek und deswegen, da freue ich mich drauf, auf jeden Fall eins der, ich glaube, eins der coolsten Berliner Rap-Geschichten, ne. Voll. Nice, ey, hat mich voll gefreut, ne, also es war, war ein Spontag, als ich mir vorgestellt habe vorher, ne, ich dachte, ich bin ein bisschen konfrontativer, vielleicht, ich meine jetzt inhaltlich, nicht zwischen uns persönlich, ne, so, aber ich weiß nicht so, ich habe jetzt auch nicht aus dem Chat, ähm, jetzt irgendwelche Fragen gesehen, die ganz offen geblieben sind, ne. Ne, ich ehrlich gesagt auch nicht. Nicht, ne. Dann, ähm, äh, ja, nice, also nimm mit, wenn du auch gerne weiter machst, so, was hast du vor, deinen YouTube-Kanal aufzubauen jetzt, ne, dieser Samuel, was ist dein Content, worauf hast du Bock? Ja, ich bin, ich bin mir so unsicher, das ist ja das Schwierige auf meinem Kanal, glaube ich, dass, dass viele Leute, die so auf meinem Kanal sind, überhaupt keine grüne, äh, roten Faden erkennen können, weil ich mal dies mache, mal das, ja, und ich habe da aber auch überhaupt, irgendwie, überhaupt keinen Bock, weil Leute sagen immer, mach doch jetzt, was weiß ich, wie Marvin California, irgendwie so auf der Rap-Schiene, irgendwie so Reactions oder was weiß ich, aber ich habe irgendwie null Bock zu sagen, ich mache diese eine Sache, weil ich denke, ich stehe dann, ich sitze, äh, abends auf dem Balkon, sehe dein Statement und denke mir, ey, ich schreibe Tiers da, weißt du, ich habe jetzt Bock mit dem zu quatschen so, so ist halt bei mir und deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, ich mache jetzt das und das und das und das, äh, muss aber sagen, nach dem Gespräch, äh, mit, äh, Luft nach oben, muss man ja, man muss ja selbstkritisch sein auch, ja, habe ich schon eigentlich am meisten Bock auf so Talks, weil ich, ich selber quatsche halt auch so privat viel mit Leuten, bin mit vielen in Kontakt und, äh, würde schon auch behaupten, dass mir das am meisten Spaß macht, an der ganzen Sache mit Leuten zu quatschen. Ja, dann probiere ich doch aus, also wie gesagt, für mich auch sehr angenehm halt, ne, so, und mach einfach das, was dir auf dem Herzen liegt, ne, wenn dich ein Thema interessiert, hast du ja gesehen, das hat ganz spontan geklappt, so, in der Regel bin ich oft beschäftigt mit anderen Sachen halt auch und so, äh, zu einem anderen Zeitpunkt, weiß ich nicht, wäre es vielleicht gar nicht erst durchgesickert bei mir oder so, äh, deswegen hat mich voll gefreut, jetzt bin ich, also jetzt besteht Redebedarf, ne, so, und solange das noch der Fall ist, vielleicht wächst das ja organisch wieder auch, na, guck ich mal, ich hab ja auch mal in Kalifornien, mal sehen, was da passiert. Ja, äh, also, ich muss ja auch dazu sagen, mir fallen oft in Sachen im Nachhinein noch ein, also, wenn mir was im Nachhinein einfällt, das geht mir immer so, ohne Scheiß, nach jedem Gespräch, denke ich mir, ah, hättest du diese eine Sache noch gefragt und das und das, äh, dann schreibe ich es mir auf jeden Fall auf. Das ist ganz normal, das ist ganz normal, standard. ja, ey, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall, cooler Talk mit dir, ne, so, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, wenn, wenn du irgendwann mal was brauchst oder so, sag gerne Bescheid, ne, bau dich gerne auf mit deinem Channel. Ich hoffe, es geht nach oben für dich. Definitiv. Alles klar, top, danke, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Okay, danke an den Chat auch hier, dass ihr so fleißig wart, ähm, ich hab jetzt nicht alles hier vorlesen können, ne, so, ähm, aber, wie gesagt, ich, ähm, gehe jetzt weiter, rein, ich hab schon gesehen, dass eine, hier, ja, mehr Livestreams, genau, mehr Livestreams, ähm, ich hab das schon öfter gesagt, aber vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, weil ich denke, der nächste Plan wäre dann doch, auf Marvin Kalifornien zu reagieren, oder? Wäre Bock drauf. Danke auf jeden Fall für alle, die am Start waren, ähm, und ich denke, ich bin morgen zurück, ansonsten, ähm, hab ich nicht viele, andere große Pläne. mal sehen, was jetzt in Zukunft passiert. Wir schreiben nochmal über Chat, alles klar, geil. Peace an den Chat, ah ja, genau, da, dieser Sammel wollte ich natürlich auch noch rausgeben, cool. Ja, man, Pump Action, 187, danke, Full Clip, danke, ähm, und ich hoffe, ihr seid morgen wieder am Start, und, ähm, dann ziehen wir uns mal, die Reaction auf mein Statement rein, vielleicht gibt's ja darauf auch nochmal eine Reaction, Ich hab gesehen, letztens hat sich irgendeiner darüber lustig gemacht, weil der reagiert auf den und den und den und den, auf die Reaction und so weiter. Mal sehen, hier ist der mit Reaction, YouTuber. Peace.